Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dice to Note Podcastes. In der letzten Folge haben wir schon ein bisschen angeteasert, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar, wie ihr den Pile of Shame dementsprechend ein bisschen runterdrücken könnt. Wie ihr es vielleicht schaffen könnt, euren Pile of Shame in den Griff zu bekommen. Oder vielleicht sogar wie Indiana Jones ihn zu zähmen. Wir schauen einfach mal. All das nach unserem Intro. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson Hots. Moin, Hauke, mein Besser. Hallo, Piwi. Moin. Du, Hauke, wir haben ja in der letzten Folge über ein Pile of Shame gesprochen, ne? Oh. Das hat ziemlich hohe Wellen ausgelöst, möchte ich mal sagen. Wir haben einige Zuschriften gekriegt über dieses Thema Pile of Shame. Und ich habe mir so gedacht, und du hast ja auch so gedacht, warum sollen wir beide das Thema nochmal weiter vertiefen, wenn wir uns dann nicht kompetente Unterstützung dazu holen könnten. Und das haben wir getan. Du hast jemanden eingeladen. Und ich habe jemanden eingeladen. Aber Hauke, wen hast du denn eingeladen? Ja, ich habe einen Podcast-Kollegen eingeladen. Und zwar Matthias vom Table Podcast. Und Matthias, herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Schön, hier zu sein bei euch. Sehr gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe nämlich, und den kennt ihr schon, wahrscheinlich schon ziemlich gut, weil derjenige war schon relativ oft bei uns im Podcast. Und ich finde es immer jedes Mal erheiternd, wenn er da ist. Mein guter Kumpel, der Daniel. Hallo, Daniel. Hallo, Piwi. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir wissen ja auch, dass ihr beide relativ viel und ganz, ganz krass im Hobby drin seid. Und wir dachten, vielleicht wäre das Thema mit euch beiden sehr gut zu besprechen, weil wir gehen da mal jetzt von aus. Und da spreche ich jetzt einfach mal für Hauke mit, dass ihr auch, sagen wir mal, einen kleinen Pile of Shame zu Hause habt. Ja, da möchte ich mich aus ermittlungstaktischen Gründen jetzt nicht zu äußern. Ich weiß, was bei mir im Keller steht. Ich weiß, was bei mir im Hobbyraum steht. Beziffern möchte ich es nicht, um den Unmut meiner Partnerin nicht auf mich zu ziehen. Bist du dir sicher, dass deine Partnerin diesen Podcast hört? Ja. Tut sie das wirklich, liebe Grüße? Ja, verdammt. Verdammt. Hauke, du hast ja beim letzten Mal gesagt von wegen so, wir müssen uns da nochmal ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen, wie man diesem Pile of Shame im Prinzip begegnet. Manche machen das so, so wie ich einer, der kauft einfach lockerflockig irgendwelche Sachen damit bei, ist damit glücklich. Andere kann das aber wiederum wirklich belasten und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen nochmal eine zweite Folge machen, um vielleicht da draußen den Leuten wirklich mal so ein paar Tipps in die Hand zu drücken. Und ich würde mir jetzt einfach mal vorstellen, dass wir vielleicht einfach mal unsere Tipps, die wir vielleicht dazu beitragen können, damit euer Pile of Shame da draußen so ein bisschen kleiner wird. Dass wir das alles mal zusammentragen an die große Tafel schreiben wie in der Schule und ihr da draußen euch dann dementsprechend die Sachen rauspickt, die für euch vielleicht gerade auch wirklich funktionieren. Und vielleicht meldet ihr euch nach vier Wochen einfach doch mal bei uns und sagt doch mal, ob dieser Pile of Shame vielleicht bei euch ein bisschen kleiner geworden ist oder sich diese Tipps, die wir heute im Podcast besprechen, wirklich bei euch auch irgendwie Anklang gefunden haben. Das würde mich echt interessieren. Wobei vielleicht eine Zeitspanne von vier Wochen vielleicht etwas gut gemeint ist. Also man kann ja auch keine Wunder erwarten. Das ist ja eher so, was wir hier heute vorschlagen, eher so auf die lange Strecke. Das ist ja keine Sprintveranstaltung. Wir sprechen im Zweifel ja über sehr viele Figuren halt. Aber vielleicht soll ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie der Stand beim letzten Mal war. Dass wir sozusagen jetzt alle auf dem gleichen Stand anfangen. Auf jeden Fall. Also, wir hatten ja festgestellt, dass der Begriff Pile of Shame im Prinzip aus der Computerspiele-Community kommt und nicht gespielte Computerspiele bezeichnet. Dieser Begriff ist dann übernommen worden für im Prinzip alles andere. Und er erfasst eigentlich das Phänomen, dass Menschen sich Hobbysachen, Kulturgegenstände besorgen und entgegen ihres Vorsatzes nicht nutzen. Also, ein bestes Beispiel ist halt die Figur, die man sich kauft, weil man sie für eine neue Armee haben möchte. Und dann aus irgendeinem Grund malt man dann diese Armee trotzdem nicht an. Und dann sammelt sich das Zeug. Und das ist halt der Stapel. Und das ist halt der Stapel der Schande, weil man halt immer wieder mit den gebrochenen Vorsätzen konfrontiert wird. Und das kann dazu führen, dass einem da so ein bisschen Bange ums Herz wird und man damit sehr unzufrieden ist mit sich selbst und der eigenen Arbeitsleistung. Und das Ganze in den Griff zu bekommen, ist eigentlich im Prinzip heute das Thema der Sendung. Okay. Eine Frage hätte ich an Matthias. Sag mal eben bei euch im Tablepot. Ihr seid ja eine relativ große Community da unten im Rupport. Hast du von deinen Mitspielenden, von deinen Kumpels da unten auch schon mal so, oh mein Gott, ich kriege meinen Stapel nicht weg, irgendwie sowas aus dieser Richtung irgendwie gehört? Jetzt so direkt, man kriegt das nicht weg. Ich könnte sagen, ich bin eigentlich gefühlt im Tablepot von Leuten umgeben, die richtige Kampfmaschinen sind gegenüber dem Pile of Shame. Also die ein Bemaltempo an den Tag legen und die da Pläne durchziehen und so. Aber ich habe auch einen Arbeitskollegen, dem geht das da sehr ähnlich. Da wird auch oder ich nehme mich da ja auch nicht aus. Also ich meine, ihr habt ja hier den Bock zum Gärtner gemacht, indem ihr mich hier eingeladen habt, um über den, wie gehe ich einen Pile of Shame an? Also zum einen gibt es natürlich die Leute, die da einfach total effizient das Ding da abarbeiten, das Projekt durchziehen, lächeln, fertig, nächstes Projekt. Und dann, ich meine, wer geht ja gerne damit hausieren, dass er sich irgendwie fünf Kilo Plastik bestellt hat und die jetzt einfach seit zwölf Monaten unten im Keller liegen und die nächsten sechs Kilo schon wieder oben drauf gepackt wurden. Das erzählt ja keiner gerne. Das ist ja hier so ein bisschen das Treffen der anonymen Table-Top-Besteller, wo man ja auch mal erst mal sein Problem vielleicht erkennen muss und vielleicht auch nochmal den Schritt weitermachen muss. Hauke hat es ja gerade gesagt, was mir immer auffällt so bei dem Thema Pile of Shame, es wird ja mal gern über die bemalte Figur gesprochen. Ja, so wenn wir eigentlich im Allgemeinen zum Thema Pile of Shame reden, dann wird ja mal drüber gesprochen, so okay, ich muss die Figuren bemalen, weil du sagtest es ja gerade, sonst, weil ich mir den Kulturgegenstand anschaffe und ihn nicht benutze. Jetzt ist aber auch die Frage, jetzt müsste man vielleicht nochmal eingrenzen oder vielleicht wird es jetzt ein bisschen philosophisch, was ist denn, wenn ich die Figuren zumindest zusammenbaue und mit den Püppis zumindest spiele, benutze ich sie dann nicht? Gehören sie dann auch noch zum Pile of Shame, weil sie grau sind? Gibt es vielleicht Leute, die sagen, bemalen habe ich total keinen Bock drauf, juckt mich nicht, aber ich spiele gerne? Das sind ja auch alles so Themen. Das fängt ja an beim Kaufen, da muss ich es zusammenkleben, da kann ich ja eigentlich schon damit spielen und dann müsste ich es eigentlich nochmal bemalen. Und wo liegt denn eigentlich mein Pile of Shame? Liegt der eigentlich nur im nicht zusammengeklebten Plastik oder liegt der im zusammengeklebten und nicht bemalten Plastik? Das sind ja auch noch so zwei Sachen, wo man vielleicht mal mit den Leuten hier so ein bisschen was an die Hand geben muss, um sie mal ein bisschen zu erden oder vielleicht auch mal ein bisschen so den inneren Frieden zurückzugeben. Weil ich glaube, das muss ja hier auch so ein bisschen das Ziel sein, dass man den Leuten so ein bisschen sagt so, hey, du bist ja nicht alleine. Du bist nicht alleine mit dem Thema und es gibt Sachen, da kommst du klar. Ich würde die Frage mal an Daniel weiterreichen, wie sieht das da bei dir aus, Daniel? Wie würdest du darauf antworten? Ist bemalt, unbemalt? Zählt das dann gleich schon direkt zum Pile of Shame für dich? Für mich ja. Hat damit zu tun, weil das Bemalen für mich neben dem Spielen ein essentieller Teil des Hobbys ist. Und eine Figur, die ich mir unbemalt anschaffe, schaffe ich mir auch mit dem Vorsatz an, sie irgendwann zu bemalen. Also ich zumindest. Das ist, glaube ich, eine Definition, die muss jeder für sich selber ausmachen. Wir kennen da eben halt Leute, die sehr ungern bemalt haben und auch immer noch ungern bemalen, aber sich jetzt mittlerweile herangetraut haben. Die haben vorher immer Blanko gespielt, sage ich mal. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Dann kenne ich da noch einen, der hat früher auch gar nicht bemalt. Für den habe ich dann seine solchen Marines mal bemalt und so. Der bemalt mittlerweile, dank Army Painter. Von daher, das ist sicherlich eine Definitionssache für einen, für einen selbst, wo das mit dem Pile of Shame anfängt und aufhört. Für mich ist es eben halt erst dann weg von diesem Pile of Shame, wenn ich es tatsächlich bemalt habe, um das klar zu definieren und einzugrenzen. Die Frage ist, warum denkt man denn über den Pile of Shame nach? Also wann fängt man an, darüber nachzudenken? Also die meisten, schätze ich mal, fangen daran an, rumzugrübeln in dem Moment, wo er entstanden ist. Und die Gründe, warum sowas entsteht, warum da auf einmal fünf Kilo mehr Plastik drauf kommen, die sind meiner Meinung nach erstmal überhaupt für einen selbst auch zu definieren und einzugrenzen und vielleicht auch sogar abzustellen, um überhaupt die Chance zu haben, wenn man arbeitstätig ist, Familienvater ist, vielleicht noch ein anderes Hobby hat und so weiter. Oder das Ganze eben halt zeitlich überhaupt irgendwann einmal gewuppt zu bekommen, was man da eben halt hat. So, wenn ich mir diesen Monat, keine Ahnung, fünf Kilo Plastik bestellt habe, weil ich vielleicht auf den nächsten Hypetrain mit aufgesprungen bin, aber diese fünf Kilo Plastik nie innerhalb des Jahres abarbeiten kann, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe, mich intensiv um dieses Hobby eben halt zu kümmern, dann ist das zum Beispiel ein Ding, wo man vielleicht mal drüber nachdenken müsste. Muss ich so intensiv auf einen neuen Hypetrain zum Beispiel aufspringen oder tut es nicht ein kleinerer Teil, um überhaupt erstmal mitspielen zu können? Hauke, du hast ja in der letzten Folge dann jetzt gesagt, von wegen so, dass wir uns auf jeden Fall nochmal hinsetzen müssten, um wirklich Strategien nochmal handfest nochmal darzulegen. Dafür ist diese Folge ja da und ich würde sagen, wollen wir direkt mal einsteigen in so ein paar Tipps, Tricks und wie wir es machen vielleicht? Ja, ich lasse das machen und ich würde auch gleich in die Kerbe schlagen, die Daniel schon vorbereitet hat. Und zwar, bevor wir drüber nachdenken, wie wir den Pile of Shame abbauen, ist es zwingend notwendig, sich darüber klar zu werden, warum er entstanden ist und ein weiteres Anwachsen zu verhindern. Denn jeder, der schon mal Gewicht verlieren musste, abnehmen musste und leider bin ich jetzt nach zwei Jahren Corona, bin ich auch in der Lage, dass ich mal gut zehn Kilo abnehmen könnte, der weiß, du kannst so viel Sport treiben wie möglich. Du kannst wie ein Irrer joggen gehen, aber wenn du abnehmen möchtest, ist das zwingend notwendig, dass du erstmal weniger isst halt. Das geht halt nicht anders. Oder das richtig ist. Ich habe eine Folge genommen, um diese Folge hier zu machen und von daher scheint es mir nur billig und fair, den Ball hier auch zurückzuspielen, denn wenn wir über Pile of Shame sprechen, müssen wir glaube ich als allererstes erstmal über die Neuerwerbung sprechen, inwieweit man ein vernünftiges Konsumverhalten am Tag legt halt. Und Pibi, da spreche ich gleich dich an, wir haben das ja letzte Woche schon mal leicht ausgelotet. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du mit Leib und Herz Spontankäufer, oder? Ich bin sowas ja von Spontankäufer. Also ich habe mich auch so ein bisschen auf diese Folge wieder darauf vorbereitet und habe auch mal so ein bisschen so in meine pflegerische Karriere geguckt und habe mich da auch mal umgeguckt, was das Ganze vielleicht auch irgendwo von Ärzten und Wissenschaftlern her kommt, die sich auch mit solchen Sachen vielleicht auch beschäftigen. Jetzt nicht unbedingt, was den Pile of Shame angeht, aber was das Thema Konsumverhalten angeht. Und da ist mir etwas aufgefallen und das fand ich sehr, sehr interessant. Es gab, es gibt einen Neurowissenschaftler, der hat gesagt, vielleicht finde ich den Dingsleitner gleich mal eben wieder, Henning Beck heißt der, der Neurowissenschaftliche Henning Beck hat mal gesagt, für den Menschen gilt im Prinzip, mehr Besitz bedeutet auch gleich mehr Glück. Ob wir das erstmal jetzt annehmen oder nicht annehmen, das ist erstmal nebensächlich, aber das Gehirn arbeitet im Prinzip so. Wenn wir eine Neuanschaffung haben, setzt das Ding Endorphine frei und wir fühlen uns dabei glücklich. Ob das jetzt in einem digitalen Rahmen sich befindet oder in physischen Dingen, das sei erstmal dahingestellt, aber wir fühlen uns erstmal glücklich. Und auch zu diesem Punkt von wegen mit diesen Spontankäufen, da habe ich einen interessanten Ansatz gefunden, den ich bei mir schon teilweise entdeckt habe, dem ich aber irgendwie nicht wirklich widerstehen konnte. Und er hat gesagt von wegen Kaufentscheidung, einfach mal überschlafen. Es gab damals, falls ihr euch noch erinnert, bei der Bundeswehr gab es immer so diese Geschichte mit, wenn ich Sachen melden möchte, die mich belasten oder womit ich ein Problem habe, sollte ich das erst nach 24 Stunden machen. Und wenn es nach 24 Stunden immer noch da ist, dann ist das wirklich ein Problem und dann muss das gelöst werden. Ansonsten ist das Ding quasi in Schall und Rauch aufgegangen. Und das versuche ich jetzt, auch schon nach unserer letzten Folge, Hauke, deswegen du hast mich da auch schon so ein bisschen therapiert, muss ich mal ganz ehrlich sagen, versuche ich meine Kaufentscheidung wirklich eine Nacht zu überschlafen. Ich lasse meine Sachen im Einkaufswagen digital liegen, stelle im, keine Ahnung, Shop XY, stelle ich den Einkaufswagen einfach irgendwo hinten in der Ecke und laufe aus dem Laden raus und komme am nächsten Tag erst wieder rein und schaue, ob meine Sachen immer noch da sind. Ja, sind sie. Und wenn ich dann noch die Lust verspüre, den Kram zu kaufen, dann gehe ich damit an die Kasse. Und wenn nicht, dann sage ich mir von wegen, ja okay, war damals oder gestern war das halt eine doofe Überlegung. Brauchst du eigentlich gar nicht, also lässt es. Das hat mich jetzt in den letzten zwei Wochen schon von zwei Käufen wirklich abgehalten. Was denn, wenn man fragen darf? Das waren zwei Sachen für Star Wars Legion. Was denn? Das war ein Speeder für meine Rebellen und es waren, ich glaube, nochmal eine Packung stinknormale Rebellen, glaube ich. Welcher Speeder? Das weiß ich gar nicht mehr. So ein verdammter Scheiß. Hast du gerade gesagt, von wegen, du hast es nochmal schön auf dem Stirm, so nach dem Motto, was du haben wolltest? Nee. Da kaufst du Gott und die Welt und dann fängst du an, dich zu verbessern in dem Sinne mit eigenen Vorsätzen und dann kaufst du keine Star Wars Sachen mehr. Hätte ich mal bloß die Klampe gehalten, hätten wir mal bloß über was anderes gesprochen. Jetzt ist es wieder. Ja, kannst du mal sehen. So schnell geht das. Nee, aber ganz im Ernst, das mache ich mittlerweile auch wirklich genauso. Ich habe auch gestern den Einkaufswagen wieder schön gefüllt beim Online-Händler des Vertrauens und hatte auf einmal, so schnell konnte ich gar nicht gucken, zwölf Farben von Scale dabei. Und am nächsten Tag habe ich die dann alle aussortiert. Habe gesagt, nee, brauchst du eigentlich nicht. Und ja, dann eigentlich alles andere auch aussortiert, weil ich mich dann doch damit abgefunden habe, dass ich vielleicht doch erstmal Sachen weiter anmale. Und wenn ich die bemalt habe, dann kann ich sie immer noch kaufen halt. Also das mit dem Käufe eine Nacht überschlafen, finde ich, ist eine absolut schlaue Idee. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich mir zum Beispiel jetzt echt wirklich ein Hobbybudget gesetzt habe. Ich meine, ich habe sowieso ein Hobbybudget. Aber das habe ich einfach halbiert. Und die andere Hälfte packe ich auf die hohe Kante, falls ich mal irgendwie ein anderes Hobby machen möchte. Und mit der Kohle, die ich jetzt nicht für Püppis ausgebe, werde ich dieses Jahr Segelkurs machen. Ach. Aber mit der Gorch Fock, ne? Weil so viel Geld sparst du da. Ganz genau. Genau, da kann ich immer noch was zu sagen, also zu beiden Themen tatsächlich. Mit dem Käufe überschlafen, da habe ich vor, ich glaube, vor einem halben Jahr mit angefangen. Und dann habe ich auch festgestellt so, hey, das brauchst du eigentlich gar nicht. Da hattest du gestern zwar Bock drauf, als du es gesehen hast. Erst im Online-Shop oder erst auf einem YouTube-Video und so, hey, cool. Und dann überschlafe ich das. Und teilweise ist es sogar so, durch meinen Alltag und so weiter, dass ich dann gar nicht mehr abends dazu Bock habe, da nochmal diesen Shop zu gehen. Und das war vor ein paar Tagen, da rufe ich diesen Shop wieder auf und sehe, hey, da ist ja noch was in meinem Einkaufswagen. Ach, das wolltest du ja eigentlich mal kaufen. Ja, nee, brauchst du ja eigentlich gar nicht. Und habe das alles rausgekickt. So, das war ein Einkauf von, ich glaube, 120 Euro oder so, den ich getätigt hätte, obwohl ich ihn gar nicht brauche. So, das ist das eine. Und das andere ist, Hauke geht segeln. Ich brauche ein neues Trainingstool für mein anderes Hobby und wollte mir ein neues Trainingsschwert kaufen. So, und wie das eben halt so ist, da gibt es ja auch den Ferrari und ich sage jetzt mal die Ente. Und ich wollte eben halt einen etwas höherwertigen Mittelklassewagen kaufen, was das betrifft. Was dann natürlich gleich in so ein paar hundert Euro niederschlägt. Und da habe ich gesagt, so, nee, ich mache mir jetzt ein Hobbybudget. Das beläuft sich, jetzt werdet ihr lachen, auf 50 Euro im Monat. Mit diesen 50 Euro komme ich wunderbarst hin. Wenn ich keine neuen Püppis finde, die ich kaufe oder brauche für mein Projekt oder was auch immer, merke aber, hey, ich brauche irgendwie, keine Ahnung, neue Airbrushfarben etc. pp. dann geht das eben halt auch von diesen 50 Euro runter. Und ich muss sagen, nach ein paar Monaten, das tut gut. Das tut einfach gut. Man kann sich was kaufen, man hat etwas, worauf man sich freut. Man ist selektierter und freut sich dann auch mehr über das, was man da hat. Man hat länger Freude daran, als nur dieses, hey, es ist da, ich packe es aus, gucke es mir an. Ach, hier steht ja noch, keine Ahnung, das Infanterieregiment für meine Briten Waterloo oder was auch immer. Das machst du jetzt erst mal fertig. So, dann wandert das Ding ins Regal, dann ist das Regiment fertig. Dann guckst du dir das, was du ins Regal getan hast, schon gar nicht mehr an. Also das ist wie so eine Fastfood-Freude, weißt du? Du holst dir den Big Mac, bist für 20 Minuten satt und danach hast du wieder Hunger und deine Wampe wird immer dicker und dicker und dicker. Und das Portemonnaie leerer. Und das Portemonnaie leerer, genau. So, und das ist eben halt genau das, was man eben halt mit so einem Hobby-Budget, das muss auch jeder für sich selber definieren, da gibt es keine goldene Regel, dann eben halt bewirken kann. Man kann sich dadurch eben halt einschränken, aber länger Freude an diesem haben, was man sich eben halt angeschafft hat. Das ist so meine Erfahrung daran. Wäre das nicht vielleicht auch so euch oder für euch eine Möglichkeit, einfach mal zu überlegen, so ich plane jetzt erst mal auch vielleicht in die nähere Zukunft, was ich mir anschaffen möchte? Das heißt, ihr macht euch eine Liste und sagt euch, ich möchte, was ich im ersten Quartal des Jahres möchte, ich folgende Sachen kaufen. Das muss ja nicht gleich alles auf einmal sein, aber es geht ja vielleicht auch dann halt über die nächsten Wochen dann halt drüber. Und wo ihr sagt, und das ist es dann auch und mehr wird dann auch nicht geholt? Naja, aber weißt du, was du in zwei Monaten haben möchtest? Also ich meine, das ist jetzt, wenn du halt, weiß ich nicht, jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal Ultramarines spielst oder Orcs oder was auch immer oder in irgendeinem anderen System, ja. Oder jetzt bei Star Wars Legion, du spielst irgendwie Imperium oder Rebellen, so. Dann kannst du jetzt natürlich sagen, okay, ich mach mir jetzt irgendwie eine Roadmap und sag, okay, ich brauch auf jeden Fall für meine 800 Punkte, ich klicke mir da eine Liste zusammen oder ich mach mir da für Skirmish meine 500-Punkte-Liste fertig. Und dann weiß ich halt genau, okay, ja, da fehlt mir noch irgendwie ein Trupp Rebellen, Veteranen und dann brauche ich halt noch diesen Partybus oder was auch immer. Und das plane ich dann halt daheim im nächsten Quartal und so ein. Ja, das ist ja nur, ist ja nur die halbe Wahrheit, ne. So, das Problem tritt ja auf, wenn dir plötzlich was vor die Füße fällt, was du vorher noch nicht so auf dem Schirm hattest, wo du dir denkst so, oh, hallo, wo kommst du denn her, ja. Und dann, dann passieren halt so diese Sachen und dann, also mir geht das dann immer so, ich bin dann nicht so, so instant getriggert, so, sondern ich schleiche dann so um dieses, ich bin dann angesprochen, ich schleiche dann echt so um die Sachen rum. Und dann sind wir so wie bei diesem, dieser Konsumeffekt, ne. So, man schleicht damit rum, man beschäftigt sich damit, man guckt sich irgendwelche Videos dazu an, du liest was dazu, du guckst dir Bildchen an, ja. Dann schleichst du durch diverse Shops, schleichst da rum wie die Katze um den heißen Brei, guckst, wer hat das verfügbar, was kostet das eigentlich, hm, hm. Und dann gehst du mit der Idee ein bisschen schwanger, schleichst weiter drum rum und so weiter und so fort. Und dann bestellst du das, dann freust du dich, so, du hast es jetzt gekauft, freust dich schon drauf, dann kommt der DHL-Mann oder wer auch immer und liefert dir das nach Hause. Und dann ist eigentlich so dieser Effekt schon weg, ne, sondern dann ist eigentlich so dieses, dieser, dieser Spaß am Kauf ist vorbei, der ist verpufft. Und dann fängt ja die Arbeit an, ne, so, ich hab quasi so dieses ganze, vorher mich beschäftigen, vielleicht eine Armehliste ausdenken, hm, hm, und so weiter und so fort, das ist alles weg. Und jetzt geht's wirklich ans Eingemachte, jetzt muss ich mich ja hinsetzen, den Driss auspacken, ich muss die Gussrahmen ausknipsen, ich muss den Mist zusammenkleben, ja, da müsste ich's grundieren und da müsste ich's irgendwann auch nochmal bemalen. Oh, total kein Bock, lass mal sein hier, die Kinder gehen mehr auf den Keks oder auf die Arbeit, was Stress, hm, ich mach mal lieber was anderes, ich lese mal lieber ein Buch und so weiter und so fort. Und dann liegt das Zeug unten im Keller und dann liegt das da, ne, und dann ist das so der andere Teil der Wahrheit, neben dieses geplanten Armeeaufbaus, wo ich auf jeden Fall hin will mit meiner 800 oder meiner 1500 Punkte 40k Liste oder irgendeiner Orgliste oder was auch immer. Das ist halt so der andere Teil und ich glaub, das ist genau, genau der Punkt, wie man da irgendwie Strategie entwickelt, so am besten ist weniger zu essen, dann wird's da auch nicht dick, ne. Das ist, ähm, weniger kaufen, sich mehr damit auseinandersetzen, sich wirklich fragen, was will ich eigentlich, was möchte ich eigentlich, passt das überhaupt, also ich mein, am einfachsten ist natürlich, wenn das Budget halt in Anführungsstrichen so übersichtlich ist, dass ich halt gar nicht in die Verdrückung komme. So, aber das korreliert ja häufig damit, man ist inzwischen erwachsen, man ist gesetzt, man hat einen Job, ja, du hast halt ein gewisses Budget und vielleicht kompensiert man ja auch ein bisschen was damit, was man früher mit 16 oder so nicht konnte, sondern du kannst halt einfach sagen, ja, kaufe ich den Mist halt einfach, tut er sich jetzt keine Stulle weniger. Ja, und, ähm, ja, das, das ist halt so ein Punkt und da muss man halt gucken, wie, wie man mit sowas auch umgeht, ne, da gibt's natürlich Hersteller, die, die betreiben ja auch dieses Ganze mit irgendwelchen limitierten Releases, so, da könnte ich mich jetzt natürlich auch stundenlang drüber auskotzen. Das machen wir in der neuen Folge. Ja, 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 genau, so, dieses, diese Fear of Missing Out ist ja auch so ein ganz großes Thema, ne, wie ich, wie ich halt, ähm, psychologisch auch die Leute steuere, wie, wie ich eigentlich auch, wie, wie der Marktführer es ja schafft, eigentlich auf seiner Community-Seite, äh, jeden Tag für drei Meldungen über nichts Neues abzusetzen, ne, und, ähm, die Leute damit bei der Stange zu halten und halt, äh, den, den Hypetrain am Gange zu halten. Und dann eben es zu schaffen, den Hypetrain mal durchfahren zu lassen, das ist, glaub ich, so der erste Schritt, aber das ist halt schwierig, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich weiß, ich glaube, es ist für alle schwer, ne, wenn ich mir mal so recht angucke, ähm, ich muss da ehrlich zu sagen, ich glaub, ich mach das Internet auch ein bisschen damit für verantwortlich, ne, wenn ich mir angucke, wie viel Möglichkeiten ich heutzutage habe, einfach mit meinem Tablet vom Sofa aus zu bestellen, ohne dass ich für mein Hobby jetzt einfach nur in die Stadt fahren müsste, um dort einfach mal zu stöten, Was habe ich denn dort eigentlich gerade zum Kauf angeboten? Ähm, es ist ja alles da. Genau. Es ist ja alles da, du kannst ja sogar quer über die ganze Welt verteilt, wenn du jetzt mal sagst, okay, Zoll oder und so weiter und so fort, juckt mich alles nicht, du kannst ja, es ist ja alles verfügbar. Und du kannst ja selbst den abgefahrensten alten Quatsch kaufen, wenn du halt bereit bist, gewisse Preise auf Ebay zu bezahlen, ne, das ist ja, es ist ja alles da, es ist alles von der Couch aus verfügbar und du bist halt auch einfach viel besser vernetzt, ne, du bist in irgendwelchen Communities unterwegs, da werden Links gepostet, es gibt Nach-News-Seiten, die sich nur damit beschäftigen, was es irgendwie Neues gibt, die dir irgendwelche Kickstarter vor die Nase setzen, die dir irgendwie die neuesten Releases vor die Nase setzen. Dann gibt es die Kumpels, die dir per WhatsApp oder per Discord oder so irgendwelche fiesen Links schicken, ne, das ist so, oh Gott, schon wieder draufgeklickt, Mist, sieht ja doch ganz geil aus und dann, ne, und so diese ganze Scheiße, das gab es ja früher alles gar nicht, ne, so diese, da gab es ja nur das, was im Laden stand und, ja, so dieses, diese ganzen verrückten Sachen wie im Internet bestellen und so, das, das gab es ja, also ich meine, gut, was heißt, das gab es früher nicht. Ich meine, ich rede jetzt hier von den frühen 2000ern, Ende der 90er, aber als ich so mit dem Hobby angefangen habe, da gab es halt das, was es im Laden gab und da war halt ganz egal, was im Armeebuch stand und ob es das und das gab, wenn es das nicht gab, dann hast du halt Pech gehabt. Wo sollst du das auch herkriegen, ja, das, oder wie sollst du da irgendwo hinkommen, wo der nächste GW ist oder so, wenn, wenn du jetzt nicht irgendwie ein Auto hättest oder so. Aber ich finde, da hat man durchaus gezielter Sachen gekauft, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals irgendwie mit 16, wo wir hier nach Osnabrück gefahren sind, äh, in Spieltraum zum Beispiel, dass ich mir dann irgendwie, ähm, an mein Konto rangegangen bin, hab mir 500 Euro abgeholt und hab gesagt, so, ich kaufe heute irgendwie alles aus dem Laden, bis ich kein Geld mehr habe, so nach dem Motto, sondern ich bin hier irgendwie gezielt hingegangen, hab gesagt von wegen so, oh, entweder will ich. Ja, weil du die, weil du die 500 Ocken ja auch nicht überhattest. Wenn du die Kohle halt nicht hast, dann kommst du auch nicht auf dumme Gedanken. Außer du hast ein Dispo, aber das ist ein anderes Thema. Umso wichtiger, finde ich, ist es, dass man, ähm, lernt, sich zurückzunehmen beim Kauf. Und, ähm, ja, es ist, dadurch, dass es eben halt alles verfügbar ist und ich nicht mehr so, also, gezwungen bin, so gezielt zu kaufen, sondern ich werde ja zugeschüttet. Ich werde ja einfach zugeschüttet mit irgendwelchen Informationen und dieses ist geil und jenes ist geil und so weiter und so fort. Ähm, umso wichtiger, finde ich, ist es für jeden, ähm, dass er sich so ein bisschen zurücknimmt und darüber nachdenkt, wie wichtig ist das jetzt überhaupt für mich? Also, diese Informationsfilterung ist bei einem Hobby natürlich sehr schwer. Das kann ich verstehen, weil man, ich bin da ja auch mit betroffen. Ich sage, ich nehme mich da ja nicht von aus. Das ist ja, ähm, ein Lernprozess, den ich für mich selber eben halt jetzt so gefunden habe und der erfordert eben halt auch ein, muss ich zugeben, ein hohes Maß an Disziplin. Als, ähm, wir da eben halt, äh, als Pivi die, ähm, die, ähm, die HeroQuestbox ausgepackt hat. Da fühlte ich mich gleich an meine Jugend erinnert, an meine Kindheit, an die tollen Dinge, die man damit erlebt hat mit diesem Spiel und so weiter und so fort. Und ich war versucht, sofort loszugehen und irgendwo im Internet eine von diesen Boxen zu kaufen. So, ähm, inwiefern war das jetzt wichtig für mich, diese Box zu kaufen? Tatsächlich null und nichtig, weil derjenige, mit denen ich spiele, wir haben eine von diesen Boxen im Bekanntenkreis, nämlich die von Pivi. Mhm. So, wenn wir HeroQuest spielen wollen, fahre ich zu Pivi und, 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 und spiele mit Pivi HeroQuest. Ich brauche diese Box nicht zwingend für mich selbst. So, das ist jetzt ein Brettspiel, kein Tabletop, gar keine Frage. Aber damit, das ist ja auch der Effekt, den ich, den ich gleich habe. Und, ähm, maßgeblich für das, was ich fürs Hobby benötige, sind tatsächlich die Leute, mit denen ich das Hobby zusammen ausübe. Auch, natürlich. Das heißt, wenn ich eine Spielgruppe habe, die eben halt, ähm, relativ reduziert ist auf ein oder zwei Systeme, wo dieses Hobby-Schmetterlings-Thema, äh, nicht so auftritt, ähm, bin ich eben halt gesetzt sozusagen, mein Blickwinkel kann sich verschmälern auf einen kleineren Bereich im Hobby. Nämlich auf das und das System oder die und die Epoche, je nachdem, was man da spielt. Ich bin eben halt aus dem GW-Hobby, vorher mal, bin ich irgendwann in das Historische reingerutscht. Und da habe ich eben halt den Vorteil, ich kann mir Minis kaufen vom Hersteller, wen ich möchte. Und ich kann das System damit spielen, was ich möchte. Also, ich brauche mich nicht mehr auf die einzelnen Hersteller fixieren. Das ist, äh, da so ein bisschen, ein bisschen befreiter. Aber da geht's dann auch los, ne? Piwi und ich, sie haben so einen Star-Wars-Hype bekommen mit, ähm, Armada und Legion und so weiter. Und dann sagt man, ja, ja, hier so, äh, die Snowtrooper fürs Imperium, die fände ich ja ganz geil. Die finde ich auch im Film ganz cool. So, habe ich mir bis heute nicht gekauft. Warum nicht? Weil ich mir gesagt habe, okay, für die ersten Spiele brauche ich das doch alles gar nicht. Ich habe, wir haben unsere zwei Starter-Boxen, die können wir zusammenschmeißen. Wir können erst mal gucken, ob das Spiel überhaupt was wirklich für uns ist. Und das ist eben halt das, was ich meine mit zurückzunehmen. Wie wichtig ist es in diesem Moment, das jetzt zu besitzen? Das runterzufiltern und zu sagen, ich halte meinen Klickfinger jetzt so ein bisschen unter Kontrolle und betrachte erst mal die Situation und denke faktenbasiert nochmal darüber nach, was ich brauche. Das mache ich ja im, äh, eventuell im Lebensmitteleinzelhandel mache ich es ja genauso. Ja, da sehe ich dann eben halt, keine Ahnung, die, ähm, irgendwas Schönes stehen, wo ich, wo ich in dem Moment dran denke, so, boah, hast du Hunger drauf? Tja, wie sieht es denn aus? Was essen wir denn diese Woche? Ja, das, das, das und das. Naja, denkst du nochmal drüber nach, vielleicht kaufst du es dann für die nächste Woche ein oder so, ne? So, und dann gehst du nach Hause, die Woche ist rum und dann denkst du schon gar nicht mehr darüber nach, das einzukaufen, weil dieser, dieser Japs darauf in diesem Moment gar nicht mehr da ist. Vielleicht hast du dann in dem Moment auch keinen Hunger mehr da drauf. Denkst du dir so, ah, ne, lieber doch nicht. Mal gut, dass du es nicht gegessen hast und denkst und streich jetzt dann deinen kleinen Butterbauch, ne? Den kleinen? Ich komm dir gleich drauf. Wir hatten eingangs gesagt, es kommt aus dem Computerspielebereich, ähm, ich sag mal Steam Sale, ne? Nach dem Sale ist vor dem Sale. Ich weiß gar nicht, wie viele Computerspiele ich durch diese Steam Sales in meiner Bibliothek habe, die ich noch kein einziges Mal auf der Festplatte installiert habe, weil ich gar keine Zeit dazu finde, die alle zu spielen. So, und, ähm, dadurch ist mir das eben halt auch bewusst geworden und, äh, lässt sich auch auf das andere Hobby übertragen. Es hat sehr viel mit der Eigendisziplin zu tun und damit, äh, wie stark man sich selber dann auch nochmal runterfiltern kann. Das ist so das Hauptaugenmerk, um überhaupt so ein Pile of Shame nicht entstehen zu lassen. Das ist so meine Meinung dazu. Mhm. Eine Frage hätte ich an euch, ähm, an euch drei. Ähm, jetzt mal so zum Thema, ähm, inwiefern sind denn solche, äh, Leute wie YouTuber, wie Twitcher, wie Podcaster und so weiter und so fort Teil des Problems Pile of Shame? Ich denke, das ist einfach so, dass, äh, wenn mal irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, dann springt da natürlich erstmal jeder drauf an, weil er natürlich dann gerade ein aktuelles Spiel gerade hat. Er möchte es präsentieren, ähm, und ist dann natürlich auch jemand, der dann vielleicht Reichweite damit generieren will, ne? Ähm, ich war zum Beispiel total geflasht als HeroQuest gekommen. Also, ich hab mich gefreut wie ein Schneekönig. Ich war damals wieder das, äh, das, der zwölfjährige Piwi, der gesagt hat, geil, ich hab HeroQuest. Hallo, ich hab HeroQuest. Cola auf den Tisch, Chips auf den Tisch und wir spielen. Auf geht's. Ähm, das, 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 das wollte ich dann halt teilen, ne? Aber, ähm, ich hab immer manchmal das Gefühl, dass, wenn jetzt bestimmte YouTuber ein bestimmtes Spiel plötzlich präsentieren und, äh, das in erster Linie auch dann hochjubeln, dass dann plötzlich da jeder drauf anspringt und sagt, muss ich haben, weil der hast gesagt. Ich glaube, es kommt auf den YouTuber drauf an. Ähm, die gibt's ja auch, also, die, die das wirklich professionell so ein bisschen als Influencer betreiben. Die gibt's ja in diesem Bereich auch. Die gibt's auch im Bereich Computerspiele, etc. Ich glaube, diesejenigen haben in ihrer, ihrer Reichweite, die sie haben, einen großen Einfluss darauf, ja, denke ich schon. Ähm, jemand, der das rein aus Hobby macht, so wie wir jetzt zum Beispiel und, äh, wir da relativ ungezwungen unsere Freude, sag ich jetzt mal, kundtun, ja, so. Und das Ganze dann vielleicht auch noch versuchen, dann nochmal so ein bisschen neutral zu bewerten und sagen, ja, hier ist etwas nicht ganz so toll und das ist nicht ganz so toll. Äh, also auch die Negativseiten rausbringen. Das bremst ja schon wieder so ein bisschen den Hype-Train, ne? So, Vorsicht, ist es nicht alles Gold, was glänzt, sag ich jetzt mal. Und die richtigen Influencer, da hat man so richtig so die, boah, das ist das Ding. Man sieht's auch an den reißerischen, ähm, na, äh, Heads, sag ich jetzt mal, die sie für ihre Videos dann da eben halt nehmen, um eben halt diese Klicks zu generieren. Ähm, ich denke, das ist eine sehr ausgeklügelte Marketingstrategie, nicht umsonst gibt's die zuhauf und die befeuern das, ja, doch, denke ich schon. Also ich denke, man ist ja immer Teil des Problems, ne? Das ist ja egal, ob du jetzt YouTuber oder Podcaster bist oder ob du einfach nur Teil einer Community bist, sobald du irgendwo, ähm, den Link teilst und sagst, boah, geil, hier, äh, guckt euch mal das und das System an. Dann hast du ja schon irgendwie den Grundstein gelegt, irgendjemanden anzufixen. So, das, ich weiß jetzt nicht, ob man sich als, ähm, Person, die sich jetzt irgendwie in den sozialen Medien bewegt, also egal, ob jetzt im Rahmen eines Podcasts oder ob man jetzt auch einen YouTube-Kanal hat oder so, ähm, glaube ich, muss man sich jetzt nicht den Schuh unbedingt anziehen, dass man da irgendwelche Leute ins Verderben stürzt oder so. Ja, also ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, aber, ähm, das ist ja auch einfach, ähm, es hängt ja einfach dadurch, dass, dass über das Internet ja alles so miteinander, ja, verrückte Sache vernetzt ist, ne? Ähm, gehört man halt schnell dazu, egal auf welchem Level oder auf welcher Ebene und egal, ob du irgendwo in einem Club zusammen am Tisch stehst und jemandem über die Schulter guckst, der irgendwie ein neues System auspackt und plötzlich geht der Hypetrain los oder weil jemand irgendwie eine Rezension gepostet hat, die das total abfeiert, ähm, ich glaube, da muss man jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Wenn es jetzt natürlich jemand ist, der professionell einen Kanal betreibt und auch seinen, seinen Lebensunterhalt damit bestreitet und, ähm, da reißerische Titel, Thema Clickbait und so weiter und so fort, ja, ähm, verwendet, ja, weiß ich nicht, also ich meine, ein bisschen Medienkompetenz oder so muss man dann ja auch vielleicht mitbringen, ähm, ich kenne das ja selber, man springt halt drauf an, eine gute Präsentation und so, Also es ist ja wie bei jedem Produkt, egal ob du irgendwie ein Brötchen oder ein Auto oder ein paar Plastikfiguren kaufst, das kommt ja immer aufs Gesamtkonzept an und wenn, wenn das jemand schön verpackt und was Tolles zu erzählt und so, dann bringt dich das natürlich in eine gute Stimmung und dann, äh, bist du dann natürlich offen. Aber dass, dass man jetzt irgendwie hier, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich in, in unserem Tablepot Discord vielleicht irgendwie mal eine Newspost oder so, ich hab mir jetzt irgendwie, oder in WhatsApp, ich hab mir jetzt irgendwie das Deadman Hens, ähm, Regelwerk gekauft oder so. Also, also nee, ich glaub nicht, dass ich jetzt deshalb nachts schlecht schlafen muss oder so. Das ist eben halt das, was ich meinte, ne? Also, wenn ich innerhalb einer Hobby-Community oder eben halt auch im Rahmen eines Podcastes oder eines Unpacking-Videos, ne, innerhalb der Community, etwas, ähm, ich halt jetzt mal mit Freude auspacke und, ähm, so weiter und so fort, dann beeinflusse ich damit natürlich auch andere Leute, gar keine Frage. Das tue ich immer. Mit jeder Handlung, die ich mache, beeinflusse ich andere Leute. Ob ich das will oder nicht, spielt keine Rolle. So, die Frage ist nur, ähm, wie gezielt ist es darauf ausgelegt, andere Leute zum Kauf zu animieren? So, und in dem Moment, wo ich eben halt, äh, dafür bezahlt werde und das professionell betreibe, bin ich ein Teil der Marketing-Maschine. Ganz bewusst. So, und, äh, das ist ein neuer Teil der Marketing-Maschine und, äh, ich denke schon, dass das natürlich stark dazu beiträgt, wie die Leute eben halt kaufen. Gerade im Zusammenhang mit dieser Vernetzung, ne? Also, ich wollte jetzt uns da nicht, äh, schuldig sprechen oder unschuldig sprechen. Ich finde nur, es gibt eben halt den, ähm, professionellen Bereich und es gibt den Hobbyisten-Bereich, so will ich es mal nennen. Und die, äh, die Professionellen sind schon sehr stark darauf ausgelegt, wie sie etwas sagen, ähm, wie sie was präsentieren, um möglichst positiv zu beeinflussen. Also, die machen das schon ganz geschickt. Und das ist das, was ich meinte mit, ähm, sie befeuern das und das tun sie definitiv. Ne, nicht umsonst werden die so hochbezahlt zum Teil. Na klar. Hauke, ich würde mal sagen, lass uns doch nochmal irgendwie zu so kleinen Möglichkeiten rübergehen, so kleine, einfache Tipps und Tricks, die man anwenden könnte, um sein Pile of Stamp Map zu bauen. Ja, also, auch, auch hier betrachten wir nochmal die Seite der Neuerwerbung, ne? Wir haben ja, wir haben ja dieses Verhältnis zwischen, äh, mehr Sachen kommen rein, als Sachen kommen hinten raus. Und wir versuchen jetzt sozusagen erstmal zu verhindern, dass noch mehr Sachen dazukommen. Und aus meiner Sicht, der wichtigste Gedanke ist, ist eine Budgetierung, dass man sich einen gewissen Betrag x pro Monat setzt und sagt, mehr gebe ich einfach nicht aus. Und wenn ich Sachen kaufen möchte, die diesen Betrag übersteigen, dann muss ich halt sparen. Das führt dazu, dass die, die Sachen, ähm, von einem Bedeutung mehr gewertschätzt werden, weil man sich länger drauf freut, heißt ja immer so schön, ne? Das alte Sprich von Vorfreude ist die schönste Freude, ähm, und dass man die Sachen einfach nicht, wie Daniel so schön sagte, quasi wie, wie fast wegkonsumiert und dann einfach ins Regal stellt. Und das ist ja eigentlich nur ein Synonym für, für Müll, ne? Nie wieder gesehen werden. Also Budgetierung, bewusst einkaufen, also keine Spontankäufe, sondern durchaus eine Nacht drüber schlafen, ähm, eine Einkaufsliste schreiben. Ich schreibe mir mittlerweile tatsächlich auf, was ich brauche. Ähm, nein, gut, aber das braucht man glaube ich immer, also das ist egal halt, ne? Aber, ähm, wie Daniel eben auch sprach, ne? Äh, zum Beispiel für, 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 für Slavos Legion, eine Erweiterung, ähm, das mit, mit Augenmaß zu machen halt, ne? Und nicht einfach irgendwie sinnlos kaufen, sondern überlegen, brauche ich das wirklich? Und, ähm, ich für meinen Teil, habe für mich auch erkannt, ich bin jetzt, ich gehe langsam auf die 50 zu, ich bin fast ein erwachsener Mann. Und, äh. Das ist ein Gerücht, das ist ein Gerücht. Ja, und diese, die, diese, diese, diese perfiden Vertriebsmethoden mit, mit Fear of Missing Out, was Games Workshop macht, ne? Das mache ich nicht mit. Aus Prinzip nicht. Ich lasse mich von der Firma nicht verarschen, lasse mich auch von keiner anderen Firma verarschen. Aber, äh, insbesondere nicht mit diesem Fear of Missing Out. Äh, habe ich damals bei Killteam durchgezogen. Ich hätte mir eigentlich das gesamte Killteam-Paket kaufen wollen. Ähm, hab dann wirklich auch, wie Matthias das so schön schilderte, ne? Ja, wie der Kater um heißen Brei. Ein ganzes Wochenende halt. Immer in der Warteschlange gewesen, obwohl ich es eigentlich nicht kaufen wollte. Ich war trotzdem in der Warteschlange. Bis ich mir irgendwann gesagt habe, hier, komm, leckt mich am Arsch. Und, äh, ich habe es überhaupt nicht bereut, das nicht gekauft zu haben. Das Gelände habe ich bei Ebay geschossen. Äh, und alles andere brauche ich überhaupt nicht. Also, eigentlich alles richtig gemacht. Also, äh, diesen Fear of Missing Out Scheiß, muss man sich halt auch überlegen, ob man das mitmachen will. Und, äh, als, als letzte Überlegung auf der Einkaufsseite habe ich eigentlich, wenn man, wenn man Ressourcen einsetzt. Letztendlich ist Geld ja Ressource. Da muss man sich halt auch überlegen, wenn ich jetzt mir etwas kaufe, dafür das Geld bereitstelle, habe ich denn die andere notwendige Ressource, nämlich Zeit. Wenn ich die Zeit nicht habe, dann brauche ich das gar nicht kaufen. Denn, dann werde ich es nicht benutzen. Und, ähm, wenn ich die Zeit nicht habe, dann kann ich natürlich mir irgendwie auch noch die Zeit nehmen, ne? Irgendwie Zeit schaffen. Und dann macht das Sinn, sich zum Beispiel eine Erweiterung für Star Wars Legion zu kaufen. Das Ding wird geliefert und man, innerhalb kürzester Zeit, packt man das aus, malt es an und macht es fertig. Das wäre vernünftiger Umgang damit. Und, ähm, das wären so meine, meine Anmerkungspunkte dazu. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel noch aufgeschrieben, ähm, das passt da vielleicht auch gerade noch irgendwie ganz gut dazu, irgendwie in diese Richtung, ähm, dass man sich kleine Schritte irgendwie setzen, äh, sollte dann halt auch, ne? Dass ich jetzt nicht gerade meine, äh, dreieinhalbtausend Punkte, boah, immer 40.000 Armee direkt in einem Schlag zusammenkaufe oder irgendwie sowas. Sondern, ähm, wirklich mal mit, mit, mit kleinen Sachen anfangen, ne? Ja, alle sagen, ja, so ein Spiel beginnt erst ab 1.500, 2.000 Punkte, sonst kannst du das mit Warhammer gar nicht erfahren und ist doch alles scheiße und was weiß ich nicht was. Ähm, ja, aber man kann doch auch kleine Spiele machen. Wieso muss ich denn gleich mit 2.000 Punkte starten? Wieso kann ich nicht erst mal mit zwei Standard und einer, einer HQ-Einheit einfangen? Oder wieso kann ich nicht, äh, Star Wars Legion spielen mit nur der Grundbox, um erst mal in das Spiel reinzuschnuppern, ne? Also, wenn ich das manchmal sehe, wie viele Leute sich da plötzlich eine ganze Wagenladung von, von Spiel und auch noch Zusatzartikel in einem Schlag kaufen. Ich glaube, das wäre der Punkt für mich, wo ich dann plötzlich sage, boah, da wäre ich erschlagen von. Ich sage da mal ein Stichwort, als es anfing, Kickstarter. Ja, Kickstarter. Da ist ja so ein Punkt, da bin ich ja Gott sei Dank raus. Echt? Ja, ja, ich auch. Ja. Okay, okay. Warum bist du da raus, Matthias? Ja, was heißt, ich bin da raus? Ich bin tatsächlich, wann war das? Vor zwei Jahren jetzt, also was heißt zwei Jahre, im ersten Corona-Sommer bin ich sehr lange um den Kickstarter von The Drowned Earth umgeschlichen. und habe mich dann am Ende dazu entschlossen, es nicht zu machen und zwar aus dem Grund, weil es bei Kickstarter ja häufig so ist, du wirst ja so ein bisschen angefixt und dann willst du das noch haben und dann willst du das noch haben und dann kostet das auf einmal 250 oder 300 Euro ohne Shipping. Und das war so, und dann musst du noch anderthalb Jahre drauf warten. Und das war halt so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, lass mal stecken. Also ich habe tatsächlich schon für STL-Files, also für digitale Druckdateien, Pile of Shame, Hust, Hust, bei Kickstarter mitgemacht und das funktioniert eigentlich auch so. Also das hat zumindest sehr gut funktioniert, aber so bei diesem ganzen Boardgame und Tabletop mit physischen Produkten, da tue ich mich echt schwer irgendwie immer direkt so. Also es ist ja schon echt teuer teilweise, ne? Also du legst ja schon da echt richtig viele Scheine auf den Tisch und dann dauert das einfach zwei Jahre oder so, bis der Driss dann mal bei dir ausgeliefert wird. Und nee, also ich habe sowieso mit Kickstarter echt viele Probleme. Ich glaube, da kann man auch gerne mal eine Folge drüber machen. So dieses Auslagern des unternehmerischen Risikos auf den Konsumenten, aber das führt jetzt hier zu weit. Also da bin ich Gott sei Dank nicht am Start mit meinem Pile of Shame, dass ich jetzt noch irgendwie so diese sieben Kickstarter im Zulauf habe oder so, wie meine ich andere Leute. Genau, aber das ist das, was ich meinte. Ich möchte nicht wissen, wie viele hochbegehrte Kickstarter-Artikel und Baker ein Pile of Shame mit eben diesem Kickstarter im Keller liegen haben. Und das wird nicht nur einer sein, sondern es sind mehrere. Und das sind eben halt auch diese Wagenlieferungen, ne? Du bägst dann halt für das Komplettpaket, so, mit den Sonderfiguren und dann siehst du, ey, da fehlen jetzt irgendwie nur 50 Euro an der nächsten Stufe, dann ist die freigeschaltet. Komm, post nochmal 50 Euro rein. So, dann kriegst du deine ganzen Stufen mit zwei Spieler, Starter-Set und keine Ahnung was. So, und dann ist das Ding da, ist ausgepackt, angeguckt. Dann hast du eventuell keinen Mitspieler und dann wandert das Ding in den Keller. So, und dann kommt der Newstick-Starter und so weiter. Und du musst den Hype ja auch hochhalten, anderthalb Jahre, bis das ausgeliefert wird, ne? Genau. Das sind eben halt diese Wagenladungen, ne? Also der eine geht eben halt bei GW rein und in den Online-Shop und bestellt erstmal alle Neuveröffentlichungen der Woche, die für seine Armee zutreffend sind, sag ich jetzt mal, ne? Einen Klick und du hast alles drin. Gibt's ja diesen Shortlink, hast du noch nicht mal irgendeine Ersparnis durch, auch wenn sie es dir immer suggerieren. Und so weiter und so fort. Und dann kommt so ein großes Kartönchen an, 360 Euro bitte. Jo. Bitteschön. So, ob das jemals fertiggestellt wird, keine Ahnung. Es mag da, welche geben, die sind da super schnell, die sind da Maschinen drin, stelle ich außer Frage, ja? Aber bei vielen wird das auch ein Hobby-Druck ausüben. Das ist dann, glaube ich, der nächste Part, ne? In diesem Konsumverhalten. Es wird einem ja förmlich angeboten, komm, kauf jetzt alles auf einen Schlag, dann hast du das sicher, ne? Dieses, bevor es ausverkauft ist und so. Das hatten wir auch schon. Also das verstehe ich eben halt nicht mehr. Ich war auch mal an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, komm, ich kaufe den ganzen Kram jetzt weg, bevor es dann irgendwie nicht mehr lieferbar ist oder eine Zeit lang nicht lieferbar. Dann rennst du hinterher, dann fehlt es dir, dann ärgerst du dich. Das waren so die Gedankengänge, die ich damals hatte, als ich dann eben halt solche Aktionen dann da geschossen habe, ne? Ja, oder halt dieses mit irgendwelchen Sonderangeboten oder irgendwelchen Weihnachtsboxen oder so. Also ich bekenne mich schuldig, ich habe noch ungebaute Primaris Intercessors aus der Weihnachtsbox von 2019 im Keller. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, Matthias. Das ist ja auch überhaupt nicht schlecht. Überhaupt nicht schlimm, alles gut. Wenn du wüsstest, was hier doch alles steht. Ja, aber das ist ja auch nur ein Teil des Ganzen. Das ist so, man muss sich das so echt, man muss sich davon, ich bin gerade in so einem Prozess, ich versuche mich davon freizumachen von diesem Stress. Also ich war auch tatsächlich sehr gestresst. Ich habe auch regelmäßig, gerade so zum Jahresende, versuche ich dann immer mal irgendwelche Sachen auch einfach zu verkaufen, weil das befreit auch unheimlich. Einfach mal irgendwelche Sachen, die man sich so aus Jux und Dollerei, weil man einfach auch Bock auf den Mist hatte, einfach mal loszuwerden. Einfach mal wieder diesen Platz zu kriegen und einfach nicht zu wissen, ja, da liegen noch irgendwie, liegt noch eine Start Collecting Box oder da liegt nicht noch irgendeine Combat Patrol oder so. Und dann muss man im nächsten Schritt vielleicht auch so ein bisschen seinen Frieden damit machen, dass man halt nicht so gestresst ist von der ganzen Sache, sondern dass man einfach sagt, okay, ich wandle mich vielleicht vom Pile of Shame zum Pile of Opportunity. So, ich kann mal das malen, ich kann mal jenes malen, ich kann mich mal daran setzen, dann setze ich mich mal wieder zurück zu dem und so, dass man einfach für sich auch erkennt, okay, irgendwie so Armeeprojekte sind halt nichts für mich. Das habe ich jetzt so festgestellt. Ich glaube einfach, Armeeprojekte sind nichts für mich. Ich verabschiede mich bei Weimar 40k einfach raus, aktuell aus dem System. Ich werde meine Ultramarines dann nicht verkaufen oder so, auch die Unbemalten, von denen es einige gibt, ja, die werde ich nicht verkaufen, aber die werden mal nach ganz unten eingemottet und ich mache mich da einfach total frei von. Ich werde mich jetzt auf eher kleinere Systeme, Thema Kill Team macht unheimlich viel Spaß, ich werde mich mit Star Wars Legion, wo ich sofort so schlau war und die Rebellen aus der Grundbox direkt an den lieben Uwe abgegeben habe, damit ich ja nicht in die Verdrückung komme, mir zu denken, ja, aber wenn du mal jemanden zu Besuch hast, dann brauchst du ja noch eine zweite Armee. Ja, Bullshit, ja, brauchst du nicht. Das ist auch alles Quatsch, weil du kriegst ja die erste schon nicht bemalt, teilweise, ja, und dann brauchst du nicht noch die zweite, die dann da auch rumsteht, nur wenn irgendjemand mal zu Besuch kommt, der unbedingt mal Star Wars Legion ausprobieren wollte, um dem was auf den Tisch zu stellen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich dir im Zwischengrätschen darf, wie oft habt ihr das denn wirklich, dass jetzt mal ein Freund bei euch oder eine Freundin zu euch kommt und sagt von wegen, boah, geil, guck mal, was du in der Vitrine stehen hast, bau mal Tisch auf. Ja, ist Bullshit, klar, es ist natürlich der totale Bullshit. Und wenn sich jemand ankündigt und sagt, mein Nachbar sagen würde, so boah, Matthias hier, Star Wars Legion und so, da hätte ich mal total Bock drauf, dann müsste ich nur den Fabian anrufen, der 15 Minuten mit dem Auto von mir am anderen Ende von Mühlheim wohnt, der die komplette Produktpalette bemalt im Schrank stehen hat, müsste ich nur mit meinem Ford darüber gondeln, einmal den Kofferraum aufmachen, mitnehmen und dann aufbauen. Ja, oder den Fabian noch mit einladen oder so oder den Kumpel mit zu Fabian nehmen. Das ist ja eigentlich total bescheuert. Man konstruiert künstlich irgendwelche Szenarien, die im Leben nicht auftreten und unter Corona noch viel weniger in den letzten zwei Jahren. Da kann ich nur sagen, das kommt drauf an. Und zwar, also ich bin ja nun einer, der im historischen Tabletop verordnet ist. Und wie es mit dem historischen Tabletop eben halt so ist, da gibt es mindestens so viele verschiedene Epochen und Armeen, wie es andere Tabletops vielleicht noch gibt. So, und ich habe mir im historischen Bereich, habe ich es mir tatsächlich zur Angewohnheit gemacht, zwei Armeen zu besitzen. Ganz einfach aus dem Grunde, du hast vielleicht Freunde, mit denen du historisches Tabletop spielst, aber die vielleicht nicht unbedingt Interesse haben an dieser Epoche oder so in der Art. Ja, so. Oder haben einen anderen Scale als einer selbst, etc. pp. Und dann kann man eben halt sagen, hey, komm, ich habe heute mal Bock auf eine Lust, auf eine Runde, keine Ahnung, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg. Ich habe da so zwei Armeen, hast du Bock zu spielen? Ja, klar, ich komme rum. So, das Spielsystem ist vielleicht das Gleiche, aber du hast eben halt dann die entsprechenden passenden Minis dann eben halt da und kannst dein Szenario spielen und so weiter. Also, muss man wirklich sagen, kommt drauf an. Und ja, ich habe tatsächlich Freunde, die haben keine Lust darauf, eigene Tabletop-Figuren zu sammeln und zu bemalen, aber sie spielen halt gerne. Und wenn diese Leute bei mir zu Besuch sind, vielleicht über ein verlängertes Wochenende und so weiter, dann baue ich einen Tisch auf und wir spielen zusammen. Was eben halt nur möglich ist, dadurch, dass ich zwei Armeen habe. Also, dieses Szenario, dass das eben halt nie in deinem Leben vorkommen wird, kann ich definitiv entkräften. Also, in meinem Leben kommt das sehr oft vor. Aber ist das nicht ein bisschen bequem, jetzt mal eben so da reingegrätscht für die Leute natürlich? Du machst sie die Arbeit und die sind einfach nur Nutznießer, so nach dem Motto, obwohl sie gerne selber spielen? Empfinde ich so nicht, nein. Okay. Tatsächlich nicht. Dafür bin ich dann Nutznießer bei anderen Dingen, die ich eben halt ungern mache, wo diese Personen mir dann vielleicht weiterhelfen oder was auch immer. Also, ich sehe das nicht. Und das sind eben halt langjährige Freunde. Das sind keine, die kenne ich irgendwie seit einem halben Jahr oder so, wo ich das Gefühl habe, die nutzen mich aus. Sondern das sind halt Leute, die fest in meinem Umfeld und auch familiären Umfeld eben halt vorhanden sind. So, und ja, was will ich von einem 72-Jährigen, der eine dicke Brille braucht? Dem brauche ich noch nicht mal eine 28-Millimeter-Figur in der Hand drücken und sagen, hier, bemal mal. Viel Spaß noch. Da würde ich auch sagen, nee, funktioniert nicht. Aber ja, klar, Werner, komm her, wir spielen zusammen eine Runde. Ist überhaupt kein Problem. So, von daher, also, zu sagen, dass dieses Szenario nicht vorkommt, glaube ich nicht. Ich finde diese Tabletop-Begegnung einfach total geil. Das ist fast so, zumindest aus meiner Sicht, genauso lebensnah, dass hier jemand feststellt, dass hier Stroh rumliegt oder so. Verstehe ich nicht. Geil, was hast du in der Vitrine? Komm, bau Tisch auf. Aber es führen dir auch immer wirklich viele Wege nach oben. Matthias sagte vorhin halt eben, er hat für sich festgestellt, dass das Armeebemalen nicht so ganz sein Ding ist. Es ist genau mein Ding. Also, ich habe kein Interesse daran, irgendwelche Figuren auf einen technisch hohen Standard hochzupinseln oder eine Büste anzumalen. Also, das interessiert mich überhaupt nicht. Malen ist für mich, ehrlich gesagt, male ich noch nicht mal gerne. Aber ich komme ja nicht dran vorbei, wenn ich eine Armee bauen will, den Kram anzumalen halt. Also, es nützt dir nichts. Und ich überlege mir halt immer ein Szenario. Das ist ich, Endor. Zweiter Krieg um Armageddon. Und baue dann dafür mindestens zwei Armeen hoch. Einfach, weil das schon was Erzählerisches dann für sich selbst hat. Also, ohne zu spielen, erlebe ich schon das erste Abenteuer sozusagen damit. Also, ich finde das halt nicht verkehrt, zueinander passende Armeen zu haben. Und ich könnte mir absolut nicht vorstellen, gerade auch eine historische Armee zu bemalen, ohne was Passendes dafür auf der anderen Seite zu haben. Es muss ja nicht immer gleich alles 8000 Punkte sein. Aber ein bisschen was halt. Ja, so die kleinste Größe, die man im Prinzip braucht. Das würde dann, wenn dann ja auch schon ausreichen. Das ist das, was ich vorhin meinte, klein anfangen. Das würde ja im Prinzip schon reichen. Was ich jetzt vorhin noch meinte, so als Tipp, so vielleicht für da draußen, einfach mal aufräumen. Und zwar nicht einfach nur seine Sachen von A nach B stellen, sondern das Ganze vielleicht mit ein bisschen System aufräumen. Und wir gehen jetzt mal in eine ganz, ganz andere Ecke. Ich weiß nicht, ob euch Marie Kondo etwas sagt. Oha, oha. Marie Kondo. Marie Kondo, ja. Warte, ist das die, die im Fernsehen aufgeräumt hat? Ja, genau. Was empfindest du bei diesem Pullover, Hauke? So sieht's aus. Bringt der dir Freude? Ja. So tief will ich in diese Geschichte gar nicht reingehen. Je Zorn, je Zorn. Genau. Hat die nicht auch Bücher geschrieben? Ja, ja, die hat auch Bücher geschrieben. Also, irgendwas macht die richtig, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, man kann mit aufräumen Geld verdienen. Was ich nur sagen möchte, ist von wegen so, vielleicht hilft es manchmal einfach auch, seinen gesamten Hobbykram einfach mal vernünftig zu sortieren. Und dort einfach mal wirklich zu überlegen, von wegen, brauche ich das wirklich? Spiele ich damit im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren vielleicht noch? Habe ich damit schon gespielt und es hat mir Freude bereitet, dann behalte ich's. Habe ich es gespielt und es bockt sich nicht? Wieso behalte ich das dann und verkaufe es nicht? Weil du sammelst, Piwi. Genau, das ist halt auch die Frage, wo man sich so einordnet. Bin ich halt einfach am Ende des Tages ehrlich zu mir selbst und sage, ich sammle den Scheiß halt einfach? Oder sage ich halt auch mal ganz klar, so, ich habe, weiß ich jetzt nicht, ich habe, wie bei mir jetzt, 40k mehrmals ausprobiert und ich finde 40k einfach, ich finde es kacke. Ja, so, da ist, so, jetzt ist es raus. Es ist völlig in Ordnung. Ja, es ist raus. Ja, es ist raus, so, bumm. Und, also zumindestens in der aktuellen Edition. Und, so, muss ich das dann verfolgen? So, oder sage ich dann einfach so, brauche ich dann noch eine zweite? Nee, brauche ich nicht, weil ich, mich nervt's eigentlich total. Und es ist halt kein gutes System. Und dann kann ich halt auch einfach mal abbauen. Oder muss ich, merke ich halt auch einfach nach dem Hypetrain oder so, ne, das ist halt, war halt irgendwie tote Hose. Einfach mal weg damit. Und das ist gut. Aber ich glaube auch dieses ganze Thema Marie Kondo, warum ist die Trulla damit erfolgreich? Weil es halt nicht nur Leute gibt, die Plastikfiguren im Keller haben, sondern ihr müsst vielleicht auch nur mal selbst in euren Kleiderschrank schauen. Oder mal beim Nachbar in die Garage oder generell in die Nachbarkellerräume. Das ist ja einfach ein Thema, dass viele Leute ganz viel Scheiße in der Ecke liegen haben. Wie viele Hosen oder wie viele Pullis hat deine Frau im Schrank liegen, die sie seit drei Jahren nicht mehr angehabt hat? Ja, und das, oder was steht alles in deiner Garage rum und warum steht dein Golf nicht da drin? Was ist denn los bei dir? So, und das ist halt alles sowas, ja. Und das ist einfach ein Riesenthema und das ist halt nicht nur im Hobby, also in dem Hobby, in unserem Hobby, Pile of Shame. Das ist egal, ob, ich meine, 3D-Druck, ne, wie schnell ist eine STL in Kickstarter mit 87 Druckdateien gekauft, für die du eigentlich ein ganzes Leben brauchst, um die auf einem Drucker auszudrucken. Geschweige denn, die irgendwie mal anzumalen oder jemals benutzen zu wollen. Und, ähm, ja, weniger anschaffen, mehr ausmisten, ehrlich zu sich selber sein und vielleicht auch mal irgendwann rausfinden, was man hobbymäßig will. Das sind, glaube ich, so die, die wichtigen, wichtigen Schritte. Das sind die Kernschritte auf jeden Fall. Ich meine, es muss ja noch nicht mal wirklich damit einhergehen, dass ich mir wirklich dann vier Stapel mache, so nach dem Motto, wo ich sage, äh, das kann weg, das möchte ich behalten, das möchte ich in der näheren Zeit noch nochmal spielen und, äh, das sammle ich aus Nostalgiegründen oder weil's mir damit gut geht oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, einfach mal komplett durch seine Sammlung einfach mal durchzugucken und einfach mal zu sagen, von wegen so, ja, einfach mal die Sachen wirklich vernünftig zu ordnen. Also, wenn ich überlege, ich hab mal, glaube ich, an drei verschiedenen Stellen Rollenspielbücher hängen und ich habe an vier verschiedenen Stellen Tabletop-Kram liegen. Ich könnte euch noch nicht mal sagen, wo ich den ganzen Kram habe oder was in den Boxen denn drin ist, weil ich's wahrscheinlich gar nicht richtig irgendwie dokumentiert habe, was ich da drin habe. Und jetzt kommt Hauke. Ja, das, ähm, genau genommen, wenn man, wenn man mal eine Bestandsaufnahme macht, was ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt habe, eine Bestandsaufnahme macht und, ähm, sich aktiv mit den Sachen auseinandersetzt. Und überlege, was will ich damit eigentlich, ne? Dann, äh, hat man eigentlich einen doppelten Effekt. Auf der einen Seite, äh, sieht man vielleicht Sachen, die man, von denen man sich einfach trennt, ne? Aber selbst wenn man das nicht macht, dann kann man ja das mal einfach dazu nutzen, den ganzen Kram einfach zu sortieren und die Kisten einfach zu markieren und draufzuschreiben, was drin ist. Denn was wir nicht haben, ist Zeit. Und, äh, ich bin mir absolut sicher, dass jeder von euch weiß, wie viel Zeit man damit verplempern kann, dass man auf einmal sagt, ich brauch den rechten Arm von diesem Space Marine. Und dann sitzt du da mit deinem Glück und hast 30 Packungen, die du durchgehen musst. Und, äh, das passiert eben nicht mehr. Wenn du dir das einmal, einmal sinnvoll aufgeschrieben hast, äh, dann hast du halt auf einmal anderthalb Stunden, die du nicht verplemperst, mit Kisten wegrohren und, äh, alles voll zu stauben. Sondern, äh, hast du anderthalb Stunden gemalt, weil du nämlich genau wusstest, wo du gucken musstest. Und, und das ist halt sinnvoll, ne? So schaffen wir uns Zeit für das Hobby, indem man das mal systematisch macht halt. Also ich hab auch noch ein System. Und zwar, ich hab mehrere Kisten, in denen thematisch sozusagen mein Hobbykram gebunkert ist. Ich hab eine Kiste, da ist alles drin von Warhammer, 40.000. Dann hab ich eine, äh, Mischkiste mit so kleinen Systemen, wo ich weiß, dass ich die irgendwie abstoßen werde. Ich sag nur Dust, ja? Irgendwann mal auf der Taktika gekauft, großes Startset und so weiter, nie angefasst. Ähm, so, und, äh, dann hab ich eben halt die Dinger, die ich immer, also die ich grad aktuell verfolge. So, warum hab ich das gemacht? Ich hab's gemacht, ich hatte das alles mal zusammen hier in meinem Hobby-Arbeitsraum. Und ich hab gemerkt, wie mich auf einmal diese Masse erdrückt hat, stimmungsmäßig. So, und, ähm, ich habe das, was in meinem Hobbyraum ist zum Bearbeiten, ist immer das, was ich gerade aktuell verfolge. So, und, äh, dadurch macht es mir auch wieder mehr Spaß, diese kleinen Dinger eben halt fertig zu machen und abzuschließen. So, und dann geh ich eben halt und suche mir das nächste Teil raus und fokussiere mich dann eben halt auf dieses Teil. So, und, äh, das sorgt dann dafür, dass auf einmal deine Spiele-Community, mit denen du eben halt deine, deine Spieleabende verbringst, sagt, boah, du haust momentan aber ganz schön einen raus. Ja, da ist dann auf einmal neben dem Malen ist auf einmal Zeit, auch Gelände zu bauen, etc., pp., weil du dir kein Gelände kaufen willst, sondern du willst es dir selber bauen, weil das, was du brauchst, irgendwie nicht zu bekommen ist oder was auch immer. So, und, ähm, ja, wie du schon sagtest, also man verplempert weniger Zeit. Man kann sich fokussiert auf das stürzen, was man gerade hat oder was man gerade machen möchte. So, ähm, das ist halt so ein Ding, dass dieser Pile of Shame einen eben halt auch erdrückt, wenn er immer sichtbar ist. Das ist auch noch so ein Ding. Ich finde diesen Pile of Shame, da stechen ja einige Spiele durchaus vor und wahrscheinlich auch das ein oder andere Lieblingsspiel, was man natürlich dann auch des Öfteren spielt. Und ich denke mal, man muss auch einfach mal seine Komfortzone verlassen und einfach mal vielleicht auch mal die Spiele mal rausholen, die man in seinem Pile of Shame hat, wo man eigentlich gar nicht so dran gedacht hat, dass es A, da liegt, B, dass man das irgendwie noch schon mal gespielt hätte oder sowas, um einfach mal den Horizont zu erweitern und vielleicht dann auch da wieder Lust drauf zu kriegen, auf das jeweilige Spiel, was man dann da gerade hat, um es vielleicht fertig zu kriegen. Da ist bei mir die Thematik tatsächlich, dass ich Lust auf Spiele habe, die ich auch tatsächlich spiele. Das ist bei mir so eine Wechselwirkung. Wenn ich ein Spiel gespielt habe, habe ich daraus, aus diesem Spiel nehme ich die Motivation mit, den nächsten Teil für meine Armee fertig zu machen. Und dann habe ich, wenn ich diesen Teil fertig habe, habe ich auch wieder Bock, das Spiel zu spielen. So geht es mir zumindest. Das ist halt alles sehr individuell. Deswegen wird es da keine Schablone geben, die ich anlegen kann. Großartig. Wie gehe ich damit um? Wie vermeide ich das? Oder wie kriege ich den abgearbeitet? Also ich habe bei mir festgestellt, es gibt immer wieder Dinge seit meiner Jugend, mit denen ich mich immer wieder beschäftige. So. In einem gewissen Kontext und eben halt auch in dem Kontext Tabletop. So. Das sind die Dinge, auf die ich mich fokussiere. Das sind eben halt gewisse historische Epochen, mit denen ich mich sehr gerne beschäftige, wo ich auch eine große Bibliothek, sage ich jetzt mal, mittlerweile angeschafft habe. Und es ist Star Wars. Star Wars war die ganze Zeit überschattet bei mir so ein bisschen mit 40.000. Und ja, das gab es mal, war ganz cool und so weiter und so fort. Und die Filme gucke ich mir auch immer gerne wieder an. Und dann habe ich mir irgendwann diese Box hervorgekramt, die ich mir damals bei Release gekauft habe. Die lag seit Release bei mir im Regal und war nie angepackt. Da waren auch nicht mal die Figuren richtig zusammengebaut. So. Und die mache ich jetzt eben halt einfach fertig, weil ich sage, ey, Star Wars war schon immer irgendwie dein Ding. Du machst jetzt die Rebellentruppe fertig, der da drin ist, kaufst dir eben halt die ikonischen Hauptfiguren, wie Han Solo und so, kaufst dir noch dazu. Ob du die jetzt spielst, ist egal, aber du machst sie so fertig, dass du dir eine Vatrine stellen kannst und dass sie gut aussehen. Das Gleiche machst du dann noch mit der Imperiums-Seite und dann hast du eine schöne Star-Wars-Sammlung. Da geht es mir gar nicht um das Spiel, sondern um den Franchise tatsächlich. Ja. Das ist, Star Wars hat echt eine herausstechende Stellung. Ich gestehe, dass ich mir im Prinzip von Legion auch eigentlich fast alles gekauft habe, was es gibt. Und zwar alle vier Armeen. Also ich habe nicht alles, aber echt eine Menge. Diese Sachen sind aber im Gegensatz zu Games Workshop-Sachen, die irgendwo im Gussrahmen noch stecken und irgendwie eingebuddelt sind oder tausend Millionen anderen Kartons, stehen diese ganzen Sachen zusammengebaut in der Vitrine. Sie sind nicht bemalt, aber sie stehen zusammengebaut in der Vitrine. Und ich erwische mich häufig, dass ich mich davor setze und mir die Figuren einfach nur angucke. Und das ist genau wie du sagst, Daniels. Es ist alleine schon das Franchise, das mich einfach glücklich macht. Und da auch, wo ich ihr dann auch sagen muss, obwohl ich es überhaupt nicht spiele, sammle ich es. Und ich würde diese Sache auch nicht zum Pile of Shame zählen. Denn ganz am Anfang Matthias' Gedanke, diese Sachen werden ja benutzt. Sie werden angeguckt. Sie bereiten mir Freude. Nicht Kopfschmerzen, sondern Freude. Und ich freue mich darauf, die in ein oder zwei Jahren, wenn ich diesen ganzen anderen Schamott hier mal fertiggestellt habe, die dann in vernünftiger Ruhe anzumalen. Und ich bin auch ganz sicher, dass das zügig geht, da da nicht 800 Millionen Details drauf sind auf den Figuren. Und da freue ich mich. Das muss man auch einfach mal so sagen, das Star Wars Design ist echt dankbar für den Tabletop. Also ich habe ja die Guten, also das Imperium. Gute Einstellung. Gute Einstellung. Und es ist halt einfach so, zehn Sturmtruppler zu malen, ist halt einfach, ja, dankbar. Weil mal abgesehen davon, dass sie halt weiß und schwarz sind, hast du nicht noch hier einen Schädel, da einen Siegel, da irgendwie dies und das und jenes. Und selbst die Charaktermodelle, selbst Vader ist halt schwarz und hat ein rotes Lichtschwert. So, jetzt kann man es sich natürlich einfach machen. Das habe ich auch gemacht. Ja, man aber kann sich trotzdem da total dran austoben. Aber einfach dieses reduzierte Design, das ja auch aus einer Zeit kommt, wo vielleicht auch die Kohle nicht da war, um irgendwas total Abgefahrenes auf die Kamera, auf die Leinwand zu bringen. Es ist schon echt angenehm. Einfach, da kannst du ein paar Figuren einfach mal so wegmalen und die sehen halt gut aus und du kannst dich einfach am Original langhangeln und es sieht gut aus. Und du hast nicht das Gefühl so, boah, was taucht denn da noch hinten auf dem Rücken und da und oah. Ich muss sagen, die Sturmtruppler haben mir beigebracht, weiß zu malen. Das habe ich mir aufgeschrieben, unter dem Punkt gegenseitig anfeuern, um den Pile of Shame runterzudrücken. Also organisiert euch, trefft euch zum Malen, zum Basteln. Versucht nach Möglichkeit regelmäßig. Ich weiß, da spielt das Thema Zeit eine ganze Geschichte mit. Aber nutzt vielleicht auch solche Angebote, wie sie angeboten werden, zum Beispiel von uns. Wenn wir sagen, wir machen einen Live-Malabend zum Beispiel oder die Jungs vom Tablepot oder von Margot Botato, ist ja scheißegal. Einfach dann, wenn ihr Zeit habt, daran teilnehmen. Ihr findet Gleichgesinnte, ihr kommt mit anderen ins Gespräch, ihr könnt nebenher euren Bastelkram machen und ihr müsst euch nachher mal wundern, wie viel ihr eigentlich geschafft habt. So geht es mir zumindest immer. Gefährlich, finde ich. Warum nehmen das nicht viele wahr oder nur zögerlich wahr, ist vielleicht ein gewisses Maß an Angst. Weil ich gehe dann praktisch mit meinem Malen nicht nur in meiner Spielgruppe in die Öffentlichkeit, sondern generell in die Öffentlichkeit. Und da hat man in der Öffentlichkeit hat man mit seinen Malkünsten vielleicht ziemlich schnell toxische Erfahrungen gemacht. Ich sage mal, Community-Seiten, irgendwie bei Facebook und so weiter. Da sind ja ganz viele Leute immer schnell dabei, einen immer nur zu kritisieren, statt positiv zu aufzuholen, abzuholen, sage ich jetzt mal. Und irgendwie sich ganz normal konstruktiv zu unterhalten, sondern wirst oft einfach nur schnell abgefertigt. Und da sind, denke ich, viele irgendwie gebrannte Kinder, warum dann eben halt solche Veranstaltungen, die motivieren können, wenn sie vernünftig durchgeführt werden, nur zögerlich bis gar nicht wahrgenommen werden. Das ist so ein Gedanke, den ich dazu habe. Leute, die anderen Leuten sagen, ihre Figuren sehen scheiße aus, die sind einfach schlecht erzogen und haben nichts gerafft. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Piwi sprach ja eben an, dass es der eigenen Motivation förderlich ist, Fortschritte auch mit anderen zu teilen. Daniel sagt halt auch, ja, gerade soziale Medien sind da nicht unbedingt immer förderlich, weil man vielleicht ungewollt auch völlig ungerechtfertigte Kritik erntet. Ich würde gerne noch mal anschließen an einen Punkt, den Daniel ansprach. Und zwar, Daniel sagte, dass er seinen Arbeitstisch oder seinen Arbeitsbereich halt nicht mit tausend Sachen überfrachtet, sondern zielgerichtet das auf den Tisch hat, was er eigentlich bearbeitet oder in der Nähe hat zumindest. Ich glaube, wenn man ernsthaft etwas bemanen will, etwas fertig machen möchte, dann ist es zwingend erforderlich, einen verfügbaren Arbeitsplatz zu haben, der jederzeit zugänglich ist und der so gestaltet sein sollte, dass man dort konzentriert auch arbeiten kann und sich nicht die ganze Zeit ablenkt, indem man 30 andere Sachen anguckt oder seine Farben durchgeht, sondern genau weiß, was man will, wenn man sich an den Arbeitstisch setzt. Wie handhabt ihr das? Also, ich habe unten tatsächlich letzten Sommer mich unten im Keller eingerichtet. Ich hatte sonst immer hier im Arbeitszimmer oben auf dem Schrank einen großen Schuhkarton stehen mit den ganzen Farben, Pinseln, pipapo. Und das ging mir halt auch irgendwann auf den Keks und dann habe ich mir unten im Keller eine Ecke gesucht, wo ich schon ein alter Schreibtisch der Vorbesitzerin des Hauses hier noch rumstand und da habe ich mich dann halt häuslich eingerichtet. Dann habe ich mir hier so die berühmte Schneidematte, Cutting-Met dahin gelegt und von irgendeinem MDF-System mit Schubladen und Farbhalter und so und eine ordentliche Lampe aufgebaut. Das ist schon hilfreich. Also, da hat man alles auf einen Griff quasi so zugänglich. Kann vielleicht auch mal ein Projekt über Nacht stehen lassen, was jetzt auf dem Esszimmer-Tisch ein bisschen schwierig ist. wenn morgens dann die Bande da sitzt und Toast mampfen will. Ja. Also, ich kann das nur empfehlen, das zu machen. Also, mir geht es ja im Prinzip ähnlich. Ich sitze halt auf dem Dachboden und nicht im Keller. Aber ich sitze exakt vor einer Schneidematte mit MDF-Halterung für Farben und Gläsern für Pinsel und habe hier drei Org-Sachen stehen, die unmittelbar vor der Bemalung stehen oder bemalt werden gerade. Alles andere ist weit weggeräumt. Und ich empfinde es als unglaublich hilfreich, dass ich mich hier jederzeit hinsetzen kann und sei es nur mal für 15 Minuten und einfach Pinsel. Ähm. Das war aber auch schon früher so. Da hatte ich in meiner Studentenbude hatte ich ein Holzbrett besorgt, was ungefähr die Größe einer Schneidematte hat. Da standen dann acht Zitadelltöpfe drauf, ein Glas Wasser. Und da habe ich halt am Couchtisch gemalt. Da musste ich zwar jedes Mal eine Lampe aufbauen, aber das ging gerade eben noch. Aber das Zeug konntest du dann auch wegstellen. Und so, dass man auch kurze Zeitintervalle halt nutzen kann, um etwas zu pinseln. Das macht die ganze Sache ja auch irgendwie regelmäßig. Sodass man am Ball bleibt. Und das halte ich, ehrlich gesagt, für absolut notwendig, wenn man ernsthaft Mengen von Figuren anmalen möchte. Also mein Arbeitsplatz sieht aus wie Kraut und Rüben. Also ich habe auf der rechten Seite habe ich Figuren stehen für Freebooters. Da stehen auch Sachen für Stargrave. Da habe ich noch irgendwelche gedruckten Sachen für Frostgrave, Miniaturen, die noch nicht fertig sind für unsere Rollenspielgruppe. Dann habe ich ganz viele Farben hier. Also es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa hier bei mir auf dem Schreibtisch. Und das Einzige, was mich stört, ist, dass der Schreibtisch einfach nicht tief genug ist, dass ich nicht ein bisschen mehr Platz habe, weil ich die ganze Zeit beim Basteln mein Keyboard quasi hoch hinstellen muss, damit ich irgendwie ein bisschen mehr Platz habe. Ich hoffe, es wird bald geändert. Aber ich fühle mich in meinem Chaos eigentlich relativ wohl. Obwohl ich aufräumen könnte, aber das ist eine andere Geschichte. Aber PBS ist doch zumindest so, dass du jederzeit arbeiten könntest, oder? Ja, ja. Also ich könnte jetzt jederzeit hier hingehen und sagen, ich mache meinen Computer an, ich lasse nebenher irgendwie Spotify laufen oder irgendwelche YouTube-Videos oder sowas. Das kann ich ja auch gar nicht. Also so ein Video gucken beim Malen oder beim Basteln geht schon nicht. Und mir geht es eigentlich auch total auf den Sack, wenn mich einer voll labert dabei. Nee, das ist ja so Musik bei mir. Gerade Podcast. Also du kennst auch Podcasts hier so. Ja, Leute zuhören, die reden. Wer macht denn sowas? Und bei mir ist es eben halt so, ist auch recht, also jetzt ist es gerade entschlackt worden, dadurch, dass eben halt der zweite Schreibtisch da ist. Auf dem einen habe ich eben halt jetzt so mein Rechnerkram stehen und auf dem anderen ist halt rein Hobby. So ist natürlich ein bisschen Luxus vom Platz her, ist mir bewusst. Aber es ist eben halt so, ich weiß, welche Farben ich für mein Projekt eben halt benötige. Die suche ich mir raus aus meinem Schubfach, wo die alle schön drin stehen und sortiert sind. Und die waren dann eben halt auf den Tisch. Die anderen sind weg. Und ich habe ein so ein Eck-MDF-Ding, wo eben halt Sachen drin sind, die ich immer mal brauche. Irgendwie Pigmente, Lack, Kleber, irgendwelche Washes oder Inks, die ich eigentlich immer wieder verwende, egal welches Armee-Projekt oder was auch immer ich da gerade eben halt verfolge. Meine Pinsel sind entsprechend sortiert. Meine Nasspalette ist eben halt da immer verfügbar. Die mache ich einmal auf, dann habe ich meine Farben und fertig kann loslegen. So, und ich brauche nicht Ewigkeiten erst, um mich vorzubereiten, mich hinzusetzen und zu malen. So, und das sorgt eben halt dann auch dafür, dass ich habe irgendwann mal von einem gehört, ja, sieh zu, dass möglichst regelmäßig Farbe auf den Pinsel kommt. So, und das hat mittlerweile dafür gesorgt, dass selbst wenn ich abends erst um 23 Uhr oder so nach Hause komme vom Training, meine Partnerin vielleicht schon im Bett liegt, ich mich hier eben halt hinsetzen kann, kann eben halt auch Spotify oder so anmachen, ein bisschen Musik hören, chillen, wie man so schön sagt, und nochmal ein bisschen runterkommen beim Malen. Das muss gar nicht lang sein. Das kann eine halbe Stunde sein, das können 20 Minuten sein. Aber in diesen 20 Minuten habe ich was geschafft und seien es auch nur 20 Gesichter von irgendwelchen 10-Millimeter-Figuren zu sein. Ja, aber es hat mich eben halt ein Stück weiter gebracht, eben halt der Fertigstellung. So, und so kommt es dann eben halt, dass am Ende der Woche, wenn Wochenende ist, ich dann anfangen kann zu basen oder sonst irgendetwas und habe dann über die Woche ein Regiment oder so eben halt fertiggestellt. Das ist so diese Regelmäßigkeit. Das ist etwas, was einem eben halt auch hilft, das anfängliche Thema Pile of Shame eben halt irgendwo zu bekämpfen. Es ist ja nicht nur so, dass regelmäßiges Malen dazu führt, dass man mehr schafft. Es ist ja auch vor allem so, dass regelmäßiges Malen dazu führt, dass man besser malt und schneller malt und dass er eigentlich noch mehr schafft. Denn Malen ist ja genauso wie Joggen. Wenn du anfängst zu joggen, dann kannst du halt 150 Meter weit laufen, dann kriegst du einen Herzinfarkt. Dann musst du erst mal gehen und dann kannst du wieder 150 Meter laufen. Aber wenn du das jeden Tag machst oder sagen wir mal jeden zweiten Tag, dann kannst du halt irgendwann Kilometer laufen und dann geht es auch gut dabei, ohne dass du gleich stirbst. Und genau so ist es mit Malen. Das kommt ja nicht von irgendwo, dass da auch wirklich Muskelgedächtnis hinter steckt. Also bei der Fertigkeit einen Pinsel zu bewegen halt. Zum einen das. Zum anderen ist es aber auch so, gerade wenn man, ich mache es genauso wie Daniel, ich habe eine überschaubare Farbpalette pro Projekt und dass man diese Farben auch sehr viel besser einzuschätzen weiß, dann halt wie deckt die, wie ist die Konsistenz, wie muss ich die anmischen. All das ist Übungssache. Und wenn man es regelmäßig macht, dann kann man es einfach besser und schneller halt. Und vor allem, man sieht auch Fortschritte und hat dann auch wiederum mehr Lust. Man ist halt nicht genervt, weil alles überhaupt nicht funktioniert, sondern man kommt halt vorwärts. Bestes Beispiel heute Morgen. Ich dachte, ich spinne. Ich wollte zur Arbeit. Dann hatte meine Frau angefangen, ihre Haare zu ölen und das Badezimmer besetzt. Und dann saß ich da und dachte, was mache ich denn jetzt die nächsten 20 Minuten? Dann hätte ich natürlich im Internet verplempern können, aber ich habe mich dann stumpf hier oben hingesetzt, einen Pinsel in die Hand genommen und einen Ork-Panzer halt mehr oder minder weiter anbemalt. Und das war auch 20 Minuten. War super. Ich habe das Teil heute Nachmittag dann fertigstellen können. Und sowas, finde ich, ist im Prinzip der beste Weg, damit umzugehen. Pivi, du hattest es ja auch schon letztes Mal angesprochen. Thema effizientes Malen. Das ist ja im Prinzip das genau das Gleiche, nur andersrum, dass du damals von Batchpainting sprachst. Dass du halt nicht eine Figur anmalst, sondern irgendwie standardmäßig halt so 5, 28 Millimeter Figuren. Dass du halt eine Farbe auf eine Figur aufträgst, stellst sie zur Seite, dann trocknet die, dann machst du bei der nächsten weiter und so weiter und so fort. Und wenn du bei der letzten bist, kannst du die nächste Farbe nehmen und mit der ersten wieder anfangen. Das ist ja im Prinzip, das gehört ja zum guten Ton für Leute, die Armeen bemalen. Da kommt man ja gar nicht dran vorbei, sonst kommst du ja gar nicht zu Pott, wenn du jedes Mal warten musst, bis die Figur trocken ist. Aber das gilt natürlich auch für vieles andere. Zum Beispiel, es ist eine totale Zeitverschwendung, 5 Figuren zu grundieren. Denn dann gehst du runter, schleppst die Figuren, wo auch immer du deine Figuren grundierst. Die meisten Menschen machen es ja hoffentlich im Freien irgendwo. Aber dann musst du da hinlatschen. Dann musst du das Zeug mitnehmen. Du musst darauf achten, dass das Spray eine vernünftige Temperatur hat. Dass es jetzt nicht in der Garage stand und irgendwie 3 Grad hat. Du musst vielleicht noch einen Farbschutz aufbauen, damit nicht alles vollgepüstet wird, sondern das Zeug irgendwie in der Pappe kleben bleibt. Du musst das Zeug auf Korken stecken oder wie auch immer du deine Grundierhilfe nimmst. Das ist ein riesen Aufriss, um 3 Minuten lang zu grundieren. Und dann macht es Sinn, nicht 5 Figuren zu grundieren, sondern wirklich das, was man in absehbarer Zeit bemalen möchte, alles auf einen Schlag. Und auch dort kann man echt wirklich Zeit sparen, weil du den ganzen Logistikteil halt trotzdem nur ein einziges Mal hast, egal wie viele Figuren du grundierst. Und ähnlich aus meiner Sicht Base-Gestaltung. Wenn ich mich hier an meinen Schreibtisch setze und Bases besande, dann muss ich danach das ganze Zimmer im Prinzip aufräumen und den ganzen Sand überall wegfegen und so weiter und so fort. Es bringt dich aus dem Malfluss heraus. Du machst auf einmal was völlig anderes, was ja auch mal gewollt sein kann. Aber für 5 Figuren ist der ganze Aufriss zu viel. Und darum macht es Sinn, halt Figuren anzusammeln, die man dann auf einmal, wo man auf einmal die Base-Gestaltung durchführt. Oder mit Aufklebern, genau das Gleiche. Man muss Wasser rausholen, Dekelfixer, alles Mögliche, was man da so für braucht, um das bei einer Figur zu machen. Das ist Zeitverschwendung. Und zwar, so wurde auch der Gedanke geboren, dass ich Matthias gefragt habe, ob er mitmachen möchte. Denn die Jungs vom Tablepod haben unter anderem über Arbeitsprojekte gesprochen. Und das scheint mir auch sinnvoll zu sein, hier nochmal kurz Licht drauf zu werfen, wie man eigentlich ein Arbeitsprojekt auswählt und welchen Umfang das haben sollte und so weiter und so fort. Und das andere ist, Hand aufs Herz, welchen Malstandard fordere ich mir eigentlich selbst ab? Oh, Malstandard. Das ist ein Thema. Ich lasse mich sehr, sehr schnell leiten von den Bildern, wie sie aus dem Studio kommen und wie sie im Studio bemalt sind und sage mir vor allem, boah, ist das geil. Und ich ertappe mich immer regelmäßig selber dabei, dass die Armee dann nachher nicht so aussieht, wenn ich sie bemalt habe, wie ich sie nachher dann, oder wie ich sie vorher im Studio gesehen habe. Da ertappe ich mich regelmäßig. Ach, echt jetzt? Ja, da ertappe ich mich wirklich regelmäßig bei, dass ich dann auch ein bisschen, ja, sauer ist das falsche Wort, aber ich bin dann enttäuscht über mich selber, dass ich mir sage, boah, das hättest du aber auch besser hingekriegt. Obwohl die Figuren nicht scheiße aussehen, aber trotzdem habe ich immer irgendwie das Gefühl, da hättest du noch mehr rausholen können. Ja, ich meine, klar kannst du immer mehr rausholen, aber da kommst du an den Punkt, du verdienst ja dein Geld offenkundig nicht damit, indem du Figuren bemaltst. Ja, und das sind ja auch einfach so Sachen, Übung, Übung, Übung. Und wenn du das professionell machst und das jeden Tag machst, dann sehen deine Figuren halt auch anders aus. Ich bin da inzwischen total von weg, so mich damit zu vergleichen. Ich habe halt auch einfach festgestellt, dass Figuren, die vielleicht reingezoomt auf dem Handy total mittelmäßig aussehen, immer noch tausendmal besser auf dem Tisch aussehen, als was Graues oder was Silbernes. Und dass man, wenn du am Tisch stehst und quasi auf einen Meter weg, dann siehst du das auch nicht mehr, ob da das Edge Highlight knackig scharf gesetzt ist und ob du da geglazed hast und die Servo-Rüstung in 27 Farbverläufen von dunkelblau auf mittelblau auf hellblau geht oder so, nee, merkst du dann gar nicht. Dann kann man da auch seinen Frieden machen. Und dann sind wir wieder beim Thema Effizienz. Wenn ich mich vorher darauf committe, ich habe eine Farbpalette, die vielleicht übersichtlich ist, ich habe blaue Rüstung, irgendwie schwarze Waffe und irgendein Detail in einer anderen Farbe, was gut passt und dann hebe ich noch ein paar andere Sachen damit ab und habe vielleicht fünf, sechs Farben, die ich auf so einen Squad nehme, dann dann reicht das auch. Dann brauche ich brauche ich nicht so viel und es sieht trotzdem gut aus. Wahrscheinlich mache ich mir persönlich da auch immer so selber den Stress, dass ich viele Farben hier habe und irgendwie habe ich immer auch so das Problem mit wie willst du das Farbstähn mal umsetzen, was ich dann habe und welche Farben nimmst du und welche Farben passen gut zusammen und dann habe ich plötzlich hier nicht nur zehn Farben stehen, sondern es sind nachher dann irgendwie 20 oder irgendwie sowas, die ich dann genommen habe. Vielleicht muss ich mich wirklich, dass was Hauke mal einfach sagte, so dieses minimalistische, so wirklich eine Farbpalette setzen und aus den Farben ballest du dir jetzt was zusammen und auf geht's. Grundlegend muss man sich doch erstmal darüber klar werden, was kann ich, was will ich und wenn man überhaupt nicht malt, keine Erfahrung hat und keine Übung hat, dann wird das nichts mit Heavy Metal Studio. Das geht halt nicht. Man ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das muss einem einfach klar sein und ich persönlich halte es für sinnvoll, wenn man sich erstmal darauf konzentriert, mein ist jetzt nicht Selbstzweck, sondern man hat den Ansatz, so wie ich vielleicht, man möchte eine Armee fertigstellen. Dann ist es aus meiner Sicht vernünftig, sich erstmal darauf zu konzentrieren, Grundfarben aufzutragen, dass die gesamte Armee irgendwie einen vernünftigen Standard hat und so, dass man halt sagt, okay, das ist gut, damit kann ich vernünftig spielen, ohne dass ich mich schäme. Das gefällt mir so und da kommen wir im Prinzip zum sogenannten Pareto-Prinzip, wo ja jetzt gesagt wird, dass mit 80% eines Resultats häufig mit 20% des Einsatzes erzielt werden kann, aber die verbleibenden 20%, die Exzellenz sozusagen, dann 80% des Einsatzes auffrisst und das kann man nicht durchziehen, wenn man begrenzt Zeit hat und viele Figuren anmalt. Das geht eben nicht, das ist die Quadratur des Kreises und dann muss man sich einfach schlicht und ergreifend damit abfinden, dass die Figuren dann nicht so gut werden, wie sie bemalt werden könnten, wenn man sich mehr Zeit nehmen würde. Das geht nicht und man muss sich freimachen, dass es ein Zwang zur Exzellenz gibt im eigenen Hobby. Wir machen das hier, um Spaß bei der Sache zu haben und wenn ein Malen auf höchstem Standard Spaß macht, dann ist das gut, dann kann man das tun, aber dann macht man nur eine Figur und dann wird keine Armee haben. Wenn man eine Armee haben möchte, dann muss man sich halt darauf konzentrieren, das Entscheidende zu machen, erstmal den Grundstein zu legen und dann, wenn die Armee soweit fertig ist, dann kann man sich die Figur ja trotzdem nochmal nehmen und anfangen, zum Beispiel bei meinen Orks die Augen anzumalen. Aber das mache ich nicht. Ich habe da 150 Orks stehen, wenn ich da die Augen angemalt hätte, dann wäre ich jetzt noch nicht mal bei der Hälfte der Anzahl der Figuren. Das wird eben nichts. Und manchmal ist es halt auch gut zu lernen, dass man einfach sagt, ich komme damit klar, dass es finished, aber not perfect ist. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was ich bemalen möchte. Es ist halt wie Hauke sagt, wenn ich eine Armee bemalen möchte, ich nehme jetzt mal das aus meinem Bereich bekannteste, du hast so eine 28 Millimeter Black Powder Armee für Waterloo. Da gibt es eben halt ja, du hast die Perrys, du hast dann die Perry Figuren mit ihren super tollen Galerien und so weiter und so fort und die sehen alle super top aus und die Uniformen sind schick aus und richtig schön dargestellt und man hat so das Gefühl, das ist wirklich Stoff und nicht irgendwie was hochglänzendes und so weiter und so fort. Kann man machen, aber dann ist es so, wie Hauke sagt, dann wirst du nie eine Armee fertig haben. Also, Piwi erinnert sich vielleicht noch an den Tag, wo wir auf der Taktika waren und ich mir dann diese Franzosenarmee gekauft habe, da diese drei oder vier Wittricksboxen. Das waren insgesamt irgendwie 160 Figuren. und die waren relativ einfach, weil die eben halt alle diese langen grauen Mäntel haben. Das war für mich, war klar, da bemalst du nicht jedes einzelne, jede einzelne Pupille oder was, der Geier was. Das siehst du auf dem Tisch dann doch sowieso nicht mehr. Da kommt es auf den Gesamteindruck an, den die Armee eben halt darstellt und da kommt es nicht auf jedes einzelne kleine Detail an. So, und die meisten aus dem Bereich, die haben dann irgendwie ein Regiment, das sind so 35 Figuren, wenn es nach Paris geht, wo die dann wirklich einen sehr hohen Malstandard für sich selber ansetzen und das ist dann so ihr Premium-Regiment, sage ich jetzt mal. Das steht dann immer in der Vitrine und so weiter, aber der Großteil der Armee ist eher zweckmäßig bemalt. Und genau das ist es eben halt, mit dem mir höchsten Standard oder meinen Standard nach vorne zu pushen, was ich mit dem mit den Farben erreichen kann und mit dem Selbstmischen und so weiter und so fort. Das würde ich zum Beispiel machen, wenn ich mir von irgendwie so ein großes Drachenmodell oder so kaufe. So, irgendwas, was ich nicht alltäglich bemale, was nur einmalig ist für mich und so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Da setze ich dann eben halt einen für mich etwas höheren Standard an. Oder wenn du Saga nimmst und dann hast du eben halt den Wikinger-Chef, der kriegt dann eben halt ein schöneres Base, ein größeres Base. Da wird dann etwas mehr auf die Bemalung geachtet, weil es ein Einzelmodell ist, was man vielleicht auch gerne mal in die Hand nimmt oder was sich ein anderer auch gerne mal näher anschaut. Aber die 25 normalen Sperrträger, ja, da setze ich das halt einfach nicht an. Das gibt die Masse einfach nicht her. Und dann verliert man eben halt auch die Lust, wenn ich hier irgendwie 20 Figuren habe und die haben alle die gleiche Pose. So, dann bin ich froh, wenn ich mit meinem Batch-Painting durch bin, meine Grundfarbe drauf habe und einen Wash oder einen Quickshade draufgebracht habe und damit dann eben halt nochmal Farbverläufe zum Beispiel habe und Schattenwurf, das reicht. Und wenn die dann auch noch zu viert auf einem Base draufstehen, mit ein bisschen Besandung, ein bisschen Grün und so weiter und dann ist da daneben der Fahnträger, dann ist das ein geiles Bild. Und das ist eben halt das, woraus dann beim Armeebemalen für mich ankommt. Ich vergleiche nicht Armeebemalen mit Einzelfigur bemalen. Wir haben natürlich euch auch da draußen gefragt, was ihr gegen diesen Pile of Shame tut und ich möchte jetzt einfach euch mal eben so drei Leute vorstellen, die ich jetzt einfach mal so rausgepickt habe. Daniel Thompson schreibt zum Beispiel, einfach dranbleiben und weitermalen, bei mir klappt es mit Druck, den ich mir selber mache, habe auch aktuell fast alles fertig. Ja gut, sich selber Druck machen ist natürlich auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, das kann natürlich auch schnell nach hinten losgehen, wenn man da so einen riesigen Berg hat und man macht sich selber Druck, Druck erzeugt meistens keinen, keinen guten Stress, möchte ich mal so sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Sich selber Druck machen, bringt das was? Im gesunden Raum, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe es ja im Podcast, als wir das Thema hatten, ja auch gesagt, ich muss auf der Arbeit immer ganz viel machen, dann muss ich das nicht im Hobby machen. Also im Hobby ist Hobby, das soll Spaß machen, da will ich runterkommen, da will ich Spaß haben und da turnt mich das total ab, wenn ich mir da jetzt noch Druck machen würde. So da, nee, also man ist jetzt, aber das muss ja jeder für sich selber wissen, wenn es hilft, sich eine Deadline zu setzen und das funktioniert, ja, warum nicht, aber am Ende des Tages soll es ja Spaß machen. Ich wollte gerade sagen, hinten wird die Ente fett, hat man mal gesagt, ne? Bei mir ist es tatsächlich so, hinten kackt die Ente, ja, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe, keine Ahnung, nächste Woche ein Spiel und meine komplette Armee, die ich führe, in dieses Spiel führe, ist schon bemalt, bis auf diese eine Einheit. So, dann setze ich, ist so ein bisschen der Ehrgeiz da, beim nächsten Mal ist die Armee komplett bemalt. So, dann setze ich mir eine Deadline und mache mir einen gewissen Druck und setze mir auch eine gewisse Priorität. So, und ich denke, das ist so ein gesunder Druck, den ich mir dann vielleicht selber mache, weil ich eben halt auch ein recht schnelles Erfolgserlebnis dann habe. Hey, ich habe sie alle bemalt, ja, so. Wenn ich mir jetzt allerdings, wie es so der ein oder andere jetzt Anfang des Jahres gemacht hat, sich aufschreibt, den Pile of Shame und innerhalb des Jahres mache ich irgendwie 365 Figuren fertig, 270 Panzer und 15 Flugzeuge, jetzt mal übertrieben dargestellt, ja, und dann eben halt am jedem Wochenende gucke, wie viel habe ich denn geschafft, ich bin hinter meinem Zeitlimit und so weiter. ich denke, das kann am Anfang, kann das funktionieren, weil es so einen Motivationsschub gibt, aber ich finde, da, das birgt dann schon wieder die Langzeitgefahr, dass irgendwann dieser Druck zu hoch wird und man dann vielleicht doch irgendwann aufgibt und sagt, naja, dann wird es halt nicht dieses Jahr fertig, sondern nächstes Jahr und man dann irgendwie so ein bisschen demotiviert dann eben halt weitermacht und sich dann eben halt so sklavisch an irgendwas halten auf Dauer macht mir keinen Spaß persönlich. Letztendlich, ne, ist ja der Umstand, dass man sich eine Deadline setzt oder so wie ich, dass man sich eine Bemalliste des Monats aufbaut halt und sagt, die arbeite ich ab, ist ja auch eine Technik, die man auch in gewisser Art und Weise lernen muss. Man kann nicht einfach anfangen von jetzt auf heute und sagen, so pass mal auf, diese nächste Woche male ich den imperialen Kampfläufer an. Und man kann es überhaupt gar nicht überschauen, ob man das schafft, ob man die Zeit hat oder so. Das ist völlig sinnlos. Damit ist das Scheitern vorprogrammiert. Und wenn man dann scheitert, dann ist die ganze Sache komplett sinnlos gewesen und sogar noch gegenläufig, weil man da ein frustrierendes Erlebnis hat und nicht gerade Bock hat, sich dann wieder an den Schmaltisch zu setzen und wieder zu scheitern. Darum muss man sich zwar Struktur geben beim Hobby, aber nicht Zwang. Und es macht Sinn, sich Ziele zu setzen, aber die ersten Ziele, die man sich setzt, die sollten so gestrickt, so gesetzt sein, dass man sie auch wirklich schaffen kann. Dass man, ich weiß noch, als ich angefangen habe zu malen, wieder richtig regelmäßig, war mein Sohn geboren und ich hatte mir gesagt, ich male jetzt jeden Monat einfach paar Space Marines an, damit ich die gottverdammte Battle Company, die ich seit 15 Jahren mit mir rumgeschleppt habe, endlich fertig bekomme. Und da habe ich mir als Ziel gesetzt, innerhalb von einem Monat zehn taktische Marines anzumalen. Das habe ich auch geschafft. Und weil ich wusste, welche Arbeitsaufwand dahinter steckt, konnte ich beim nächsten Mal sagen, ja, dann setze ich mir jetzt das Ziel, die in drei Wochen fertig zu kriegen. und so tastet man sich langsam an eine vernünftige Deadline ran mit einem realistischen Ziel und einem überschaubaren Projekt halt. Und dann macht das Sinn und dann ist es auch kein Zwang, sondern Struktur und vor allem, das ist ja auch alles nicht in Steil gemeißelt. Man kann das jeden Tag ändern halt. Aber man hat erstmal eine Roadmap, so mal Neudeutsch zu sprechen. Ich sage dazu immer, es ist ein Begriff aus meiner Arbeitswelt, smarte Ziele. Also klare Ziele setzen, erreichbare Ziele setzen. Das ist ganz wichtig. Also wenn man das Ziel eben halt so weit hoch steckt, dass man es gar nicht erreichen kann, das ist kein smartes Ziel. Oder intelligent gesetztes Ziel. Und ich stufe das bei mir immer zwischen kurzfristig, mittelfristig und langfristig nochmal ein. Und halte mich da aber auch, so wie Hauke gesagt, nicht sklavisch dran. Ich muss das jetzt, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt. Das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen durchschwingt bei dem Ich-mach-mir-Druck. Also das kommt bei mir zumindest so an. Und das finde ich auf Dauer eher demotivierend und spaßnehmend. Wenn man sich selbst ein bisschen kennt, dann weiß man ja auch, wie man auf lange Sicht reagiert und funktioniert. Ich habe es zum Beispiel häufig so, dass ich denke, oh Mann, ich habe jetzt eigentlich wirklich keinen Bock, mich wieder an den Schreibtisch zu setzen und nochmal die acht Boys anzumalen. Und ich kann das nicht mehr sehen halt. Und in dem Moment habe ich auch echt keine Lust zu. Aber dann überwinde ich mich und sage halt, scheißegal, setz dich da hin, auch wenn du jetzt keinen Bock hast. Und spätestens fünf Minuten, nachdem ich hier dann am Tisch sitze und den Pinsel rausgeholt habe und die Jungs bemale und das dann von der Hand geht, weil ich eben regelmäßig male, geht es dann im Prinzip mit Gehirn aus auch halt. Dann macht es mir Spaß. Und dann am Ende stehe ich am Schreibtisch auf und bin glücklich und froh darüber, dass ich dann doch mich hingesetzt habe und dass ich mich überwunden habe. Und das ist dann eigentlich sogar noch ein doppelter Erfolg, denn die Figuren sind angemalt und ich habe einen inneren Schweinehund überwunden. Und dann gehe ich echt glücklich ins Bett. Ja, den inneren Schweinehund kennen wir alle, wenn du mal Richtung Sport guckst oder auch bei Minis bemalen und so weiter. Obwohl, das Ding habe ich mir auch mittlerweile abgewöhnt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also Sport, abgesehen davon. Wie HeroQuest zum Beispiel. Hast du dir auch abgewöhnt? Nee, Sport mache ich jetzt wieder. Muss ich ja. Geht die fette Wampe da vorne ja gar nicht weg. Nein, dass ich zum Beispiel einfach mir auch sage, okay, das Spiel, das ist jetzt einfach für mich ein Brettspiel. Obwohl da Figuren bei sind, die ich bemalen könnte, die bleiben aber so, wie sie sind. Wie zum Beispiel, ich habe hier Decent. Ich habe immer gesagt, boah, geil, Decent, super cool. Die Figuren sehen gut aus. Willst du die bemalen? Nein. Ist für mich ein Brettspiel. Die Figuren bleiben so und fertig. Genauso wird es bei HeroQuest auch bleiben. Da werde ich auch nichts anfangen zu bemalen, weil ich da einfach keinen Bock dann drauf habe. Und dann bleibt es einfach dann so, wie es ist. Fertig. Man kann nur mit grauen Minis spielen. Bitte. Meine Meinung. Eine andere Geschichte, die ich euch noch eben kurz vorlesen wollte, kommt von Sebastian Schmidt. Und der hat gesagt, von wegen, er hätte da nur einen Trick. Eine Frau, die immer schimpft, dass ich zu viel Zeug habe und wir keinen Platz. Ihre Order war, erst alles wegmalen und dann darf ich was Neues haben. Aber ich glaube, sie lügt. Ja, sie lügt. Wir können es jetzt ja so sagen, wie es ist. Ja, sie lügt. Aber ich glaube, wenn die Frauen dabei sind, sagen wir, nein, Schatz, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. In die gleiche Kerbe stößt Kenneth Drago Spreyer. Der sagt nämlich auch, meine Partnerin und ich haben das Agreement. Moment, du druckst nur, was du anmalen kannst. Nicht mehr, nicht weniger, lachen das Smiley. Ansonsten abstoßen, was nicht mehr gespielt wird oder nur so viel, dass man nochmal eine Partie spielen kann, um sich daran zu erinnern, warum das einstaubt. Das haben wir vorhin auch wohl gesagt, So, dass man einfach mal Sachen spielen kann und so weiter und so fort. Und auf Twitter sagt Ed Althansa nicht dran denken, meinen, dass es weniger wird, im besten Fall kein Bauen, aber das ist für mich utopisch. Ich glaube, jeder baut sich in seinem Leben irgendwie ein Pile of Shame auf. Ich glaube, anders geht es gar nicht. Das wird einfach so passieren. Ja, den gibt es ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, den Pile of Shame, den gibt es ja überall. Es ist ja egal, ob du Figuren im Keller hast, ob du eine unaufgeräumte Garage oder Dachboden hast, ob du einen vollen Kleiderschrank mit Klamotten hast, die du schon seit drei Jahren nicht mehr angezogen hast, ob das die Wampe ist, die du mal wegtrainieren müsstest, die du nicht, mit der du nicht joggen gehst. Also es ist ja egal eigentlich. die du gekauft hast, aber nie gelesen. Oh ja. Ja, Bücher oder die angesprochenen Videospiele oder ja, ne? Also die Zeit ist halt endlich. Aber die Reaktionen, die wir so bekommen haben, wenn ich da eben kurz reingrätschen darf von den Leuten, die waren im Prinzip eigentlich immer ähnlich, ne? Also ich habe jetzt nur die drei rausgepickt, ne? Es kamen noch weitere. Aber ich habe erst mal die drei rausgepickt, weil genau dieser Tenor kommt da raus, ne? Von wegen so einfach nicht dran denken. Das ist so der Grundtenor, den ich aus unseren Zuschriften herausgelesen habe. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so, dass das Fazit vielleicht auch der ganzen Sache neben, sage ich jetzt mal, einer praktischen Fibel, die man sich jetzt zurechtschreiben kann aus der Essenz jetzt unseres Gequatsches hier, was man alles machen kann, muss man dann vielleicht auch am Ende einfach sagen, ja, mach dich frei davon. Es ist Hobbykram. Du wirst es ja wahrscheinlich gekauft haben und es irgendwie bezahlt haben, hoffentlich. Und dann liegt es halt darum und es frisst kein Brot. Und du wirst vielleicht in Zukunft damit Spaß haben. Und dann gibt es halt einfach unterschiedliche Typen und die müssen halt unterschiedlich an so einen Stapel rangehen oder man sagt halt einfach, egal, ist halt so, macht nichts, weiter geht's. Hauptsache Spaß. Ein letzter Punkt, den ich vielleicht auch noch ansprechen möchte, sind verschiedene Maltechniken. Man kann, ohne einen einzelnen Pinselstrich zu machen, Jahre damit verbringen, sich bei YouTube Tutorials anzugucken. Das ist natürlich alles dann nur rein theoretisches Malen. So, wenn man so, ja, die Weathering-Technik könnte ich auch machen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass der Einsatz von neuen Techniken auch nicht selbstverständlich ist. Also ich habe hier diverse Ölsachen rumstehen, die ich nicht benutze. Ich habe mir eine Airbrush gekauft, die ich nicht benutze. Es ist eigentlich traurig. Das ist sozusagen der Pile of Shame des Arbeitsgerätes, was hier rumsteht. Und es muss einem klar sein, wenn man eine neue Technik benutzt, dann wird das vermutlich beim ersten Mal schiefgehen. Und dann muss man eine Frustrationsgrenze oder eine Frustrationstoleranz halt auch mitbringen und sich darüber klar sein, dass man dann diese neue Technik einfach auch üben muss, bis das vernünftig wird. Weil ich mich noch nicht so wirklich an diese Panel-Lineren getraut habe, stehen bei mir meine Blood-Red-Sky-Maschinen immer noch irgendwo rum. Das auch schade ist. Aber vielleicht ist es halt sinnvoller, neue Techniken mit Frustrationsstoleranz zu üben, aber eine nach der anderen und nicht alles auf einmal machen zu wollen, dann wird das einfach nichts. Ansonsten möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei unseren beiden Gästen bedanken, dass sie heute gekommen sind und auch noch mal darauf hinweisen, falls es irgendeinen unserer Hörer geben sollte, was ich nicht glaube, aber falls es dich da draußen gibt, der den Table-Podcast noch nicht kennt, kann ich nur wirklich ans Herz legen. Ein wirklich guter Podcast, der ähnlich aufgestellt ist wie unser, der auch allerdings das Tabletop-Hobby im Speziellen, aber dann auch allgemein beleuchtet, während wir ja noch Brettspiele und Rollenspiele dabei haben. Sehr hörenswert. Und tja, Jungs, haben wir es geschafft. Ich glaube, wir haben immer noch nicht alles wirklich beleuchtet, so wie wir es, glaube ich, beleuchten könnten. Nee, also auf gar keinen Fall. Wir haben das im Prinzip, also kein Witz, aber im Prinzip haben wir das Thema nur gestreift. Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, das ist ein Thema, das ist nicht innerhalb von zwei Stunden mit vier Leuten irgendwie diskutierbar oder zu einem Ende zu bringen, weil es gibt so viele Gründe, warum es ein Pile of Shame gibt, begrenzt gesehen jetzt auf das Hobby. Und die sind so viel und individuell, wie sie zustande gekommen sind, ist, wie ich vorhin schon mal irgendwie eingeworfen habe, es kann dafür keine Schablonenlösung geben. Es kann eben halt nur Denkanstöße geben und versuchen zu sagen, ja, so bin ich damit umgegangen, ob diese Tipps oder diese Erfahrungen, die wir eben halt gesammelt haben, wem anders weiterhelfen. Vielleicht, aber wir können es nicht sicherstellen. Nee, das würde mich jetzt interessieren, was ihr jetzt aus unserer Folge draus macht. Also das war am Anfang wirklich kein Scherz. Schreibt uns mal wirklich mal, ob ihr von den Tipps, die wir heute mal so besprochen haben, was umgesetzt habt und wie es funktioniert hat. Und wenn ihr da draußen noch andere Tipps habt, dann schreibt die doch einfach in die Kommentare. Egal, wo ihr euch gerade befindet. Auf Instagram, auf Twitter sind wir vertreten. Bei uns auf der Internetseite könnt ihr Kommentare schreiben. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.dysonnords.com oder kommt bei uns auf den Discord. Also wir haben durchaus überall Möglichkeiten, wo ihr uns kontaktieren könnt. Und ich denke mal, das würde uns viel wirklich interessieren, was ihr aus eurem Stapel der Schande jetzt gemacht habt. Trinken wir jetzt noch in der Kantine ein Bierchen? Wir trinken noch in der Kantine ein Bierchen, ja. Ja, dann sage ich auch noch mal danke an unsere beiden Gäste, Matthias und Daniel. Immer wieder herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Hauke, danke für die Vorbereitung des Themas. Haben wir jetzt über zwei Folgen wirklich super besprochen. Obwohl wir es eigentlich noch viel weiter besprechen könnten. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf eure Zuschriften. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt ab. Wir gehen uns noch, wie Daniel gerade sagte, in der Kantine noch eintrinken. Also haut raus, ne? Bis dann und tschüss. Tschüss. Tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.